Hey, was geht? Was geht? Ich habe Pakete im Hintergrund stehen. Ey, dein Büro sieht schön aus heute. Gefällt mir so farblich. Ich weiß, es ist nichts Neues. Aber das sieht mit den ganzen Bauteilen echt schick aus da hinten. Finde ich gut. Soll ich... Pass mal auf. Also nicht besser, aber... Zeig mir Elgato-Cam. Los. Let's there be light! Krass. Wow. Zum Basteln halt, ne? Smart Home. Wenn ich jetzt noch so machen würde und es wird wieder dunkel werden, das wäre cool. Ja. Das wäre wirklich cool. Wie in den ganzen... So in diesen Filmen aus den 80ern, wo die in Amerika diese Klepper verkauft haben. Ja. Das war ja eigentlich auch schon pre-Smart Home, ne? Hm. Na, eigentlich ist es ja auch smart. Aha. Cheers. Cheers. Heute erst geholt. Ganz frisch vom Reifeisen. Gibt es für euch ein Reifeisen? Keine Ahnung. Okay. Ja, das ist so ne... Das ist mehr so ne... Genossenschafts-ländliche Kette-Ding hier so bei uns in der Ecke. Ja. Ne, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, ist okay. Ist okay. Alles gut. Ich hab heute auch erst mal zwei Kissen geholt. Ja. Muss sein. Mir hat's gefehlt. Ja. Glaub ich dir. Ja. Sag mal, äh, Alex, wie war denn so die letzte Woche und das letzte Windows-Update? Voll gut. Also ehrlich gesagt ist auf meinem Main-PC nicht so viel passiert, aber ich hab den PC umgebaut, äh, also der CPU ist reingekommen, äh, BIOS-Update ist gemacht worden und, ähm, die 3090 ist drin, wie geplant, ohne dass man mich drauf hinweisen musste. Äh, Peaks. Und, äh, und einen Tag später kam dann das Windows-Update und ich dachte so, ah, come on, jetzt schon wieder und das ist ja wie immer, ne? Es kommt entweder ein Nvidia-Treiber oder ein Windows-Update und dann, dann verstellt sich ja grundsätzlich der Sound. Also so Sachen wie bei dem Nvidia-Treiber, ähm, werden ja dann sämtliche, ähm, äh, Monitore wieder als neue Soundausgabequelle gefunden, wegen HDMI oder DisplayPort, so, ne? Und, Überraschung, ich hab dann mal endlich den Nvidia-Audio-HD-Treiber nicht mitinstalliert, hab ihn auch deinstalliert, dass er nicht auf dem System ist und ergibt das, ergibt das, ergibt das trotzdem auf den Monitoren aus. Echt? Gibt das eben einen Sinn? Echt? Ja! Die sind deaktiviert und ergibt's trotzdem darauf aus. Also, wenn der aktiv ist, natürlich nur noch der Monitor als Quelle. Okay, weird. Ich, äh, ich wusste das, ich hab das noch nie gemacht, also ich hab die immer mitinstalliert, so nach dem Motto, ja, vielleicht brauchst du die ja doch nochmal und nein, brauchst du nicht. Du brauchst, du brauchst die Nvidia-HD-Treiber nicht. Nee, brauchst du nicht. Ja. Okay. Komisch. Naja. Aber dann hast du ja auch Spaß gehabt mit, äh, mit Windows. Ja, aber es hielt sich wirklich seinen Grenzen. Was war denn bei dir? Ich hör da schon wieder eine längere Leidensgeschichte. Hahaha! Eine längere Leidensgeschichte. Ach Alex, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal möchte ich dich darauf hinweisen, äh, dass du doch bitte meinen Swat-Stream-Invite annimmst, denn ich hab dir den gerade nochmal rübergeschickt, weil ich hab's sonst fast vergessen. Damit wir das machen können, für die Zuschauer. Bin ich schon drin. Dann. Aber sag mal, hattest du nicht den, Entschuldigung, wenn ich mich unterbreche, hattest du nicht deinem Grafiker während dem letzten Stream gesagt, hier mach mal, äh, hier für Kabel? Ja. Haben wir nicht gekriegt, weil, äh, ich hab so ungefähr 20 andere Sachen auch noch gleich hinterher geschmissen. Und ich glaub, das ging in dem Moment unter. Ja. Es, äh, ja, passiert wie es passiert, ne? Kein Problem. Es ist ja, es ist leider untergegangen, ja. Ich hab mich heute auch gewundert, ob wir einen Tweet rausgelassen haben, aber ich glaube nicht. Diese Woche war wirklich, äh, nicht gut. Also, nicht gut. Also, 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 diese Woche sind alle, die hier sind, das sind so die, die true, true Viewer und Listener. Ja. Ja, das sind die, die richtig krassen Goods. Aber, wo du gerade Listener gesagt hast, wir haben das ja jetzt auch in Podcast-Form. Das stimmt. Das stimmt. Der gute Refunex hat nämlich letzte Woche, weil er da Lust drauf hatte und ihn das immer gestört hat, dass er das nicht einfach so hören kann, hat er diese ganze Veranstaltung für euch da draußen auf jeglichen Plattformen als Podcast zur Verfügung gemacht, äh, gebracht. Also, ihr könnt euch das jetzt quasi überall anhören. Was bedeutet, ähm, das muss bei mir noch gescheit verlinkt werden, dieses Format, also unterm Stream dabei, zum Anklicken, zum Aufrufen per Trigger. Das hab ich noch nicht gemacht, aber das wird jetzt Zeit, weil, weil, so langsam nimmt das ja professionelle Züge an, ne? Es ist, ja. Man könnte ja meinen, äh, wir haben hier, äh, wir haben hier was Gutes geschaffen. So. Aber, meine letzte Woche, Alex. Mhm. Ab Mittwoch war eigentlich alles gut bis Samstag. Jetzt geht's los. Samstag sind wir in zwölf Stunden Rennen gefahren. Sag mal eins dieser, man war ausgeschlafen, war mal fit, man hatte Bock. Weißt du? Man wollte ja richtig reindeifen. Mhm. Wir sind losgefahren in der ersten Kurve, haben uns drei Autos angefahren, war das Rennen eigentlich schon vorbei. Also, bei elf Stunden 55 war eigentlich schon Schluss. Dann ist von dem Kollegen, der gerade in dem Moment gefahren ist, äh, bisschen was kaputt gegangen, so dass ich ungefähr nach 25 Minuten in das Auto reinhüppen musste und dann übernehmen musste. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. irgendwie, äh, auch, also, äh, in irgendeiner Form hat Windows eine Update gemacht im Hintergrund. Es leckte in dem Moment und ich bin mit dem Auto voll in die Wand gefahren, nach einer halben Stunde. Ich mit dem Auto in die Box und dachte, okay, denke ich mir so, naja, kann nicht besser werden, kann auch nicht mehr schlimmer werden. Ich bin wieder losgefahren und dann hat Windows das wirklich hingekriegt, nochmal eins hinterherzuschieben. Mein ganzer Rechner ist eingefroren, das Auto ist aber weitergefahren. Ich habe Force Feedback gespürt, habe Bild gekriegt, konnte das Auto wohl noch fangen und danach kam 10 Sekunden Freeze. Game, komplett stehen geblieben. Aber komplett, Feierabend. Und dann habe ich nur um Force Feedback gemerkt, wie ich voll in die Wand reingefahren bin. So. Dann, äh, habe ich das Auto in die Box gestellt und habe wirklich vier Stunden lang versucht, einen Fehler, währenddessen ich streame, in einem Rennen zu fixen. Äh, ich habe Treiber deinstalliert, neu installiert, es hat alles nicht funktioniert, der hat mein Mischpult auf einmal nicht mehr erkannt. Also, ging gar, ging wirklich gar nichts mehr. War komplett dead. Irgendwann, aus unerklärlichen Gründen, habe ich das Mischpult nochmal neu gestartet, den Treiber neu installiert und dann hat er es wieder erkannt. So, jetzt kommt der, jetzt kommt der witzige Clou an der ganzen Sache. Das, was du vorhin erzählt hast, dass, wenn du neue Treiber installierst, erkennt er ja alle Soundquellen eigentlich von vorne nochmal alle. Mhm. Windows hat das aber hingekriegt, bei meinem Mischpult, alles zu deaktivieren und eine Lane anzulassen. Also, so wie es immer eingestellt war. Immer. Okay. Also, alles andere, was ich nicht benutze, ist immer deaktiviert und ist nicht drinnen. Ja. Und jetzt ist es so, dass mein Mischpult, wenn das reingeht, Line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann geht das hoch bis 31, 32. Mhm. So. Und die AUX-Ausgänge auf dem Mischpult sind digital, also AUX 1 ist 2, 3, AUX 2 ist 3, 4. Und ich habe das auf AUX 8, habe ich mein Mikrofon liegen. Das heißt, das wäre 9, 10. So. Und jetzt kommt der Witz an der Sache, Jim. Windows hat es alleine hingekriegt, auf 1, 2 umzustellen, was der Master ist, wo alles rausgeht. So, nachdem der Sound nun also wieder dort funktioniert und erkannt wurde, ist natürlich im Discord alles übertragen worden. Alles. Also, das Auto an sich, Alerts, Musik, alles Pipapo, drum und dran. Schön. Ich habe aber nur mit einem halben Auge hingeguckt und habe gesehen, okay, es ist nur eins aktiviert. So soll es ja auch sein. So soll es sein und habe nach der Kanalnummer nicht geschaut. So, dann war das natürlich für die anderen Menschen in dem Rennen super nervig im Discord. Mhm. Ich konnte das aber nicht beheben. Ich habe dann neu gestartet, Mischpult nochmal neu gestartet, den ganzen Scheiß nochmal alles durchgegangen. Ja. Und dann hatte ich irgendwann gesagt, weißt du was, scheiß drauf, ich installiere Windows neu. Oh, fuck. Dann habe ich im Stream, weil ich einfach, ich hatte keinen Bock mehr zu suchen, weil so nach einer halben Stunde, wenn du das Problem nicht fixen kannst, Windows runter, Neuro, fertig ist. Dann habe ich Windows neu installiert und dann war ich so im Tran, dass ich wieder Kanal 1, 2 eingestellt habe und wieder genau dasselbe Problem aufgetaucht ist, logischerweise. Ne? Und irgendwann habe ich mein Tablet vom Mischpult in der Hand komplett eigentlich schon durch, weil ich dieses Problem nicht gefunden habe und gehe das so durch und scroll und mach ab alles aus und denke mich so, Mange, das kann doch gar nicht sein. Das ist unmöglich. Das ist physikalisch nicht möglich. Mhm. Und dann gucke ich auf die Audioausgabe und dann sehe ich, dass da 1, 2 steht. Oh, scheiße. Und ich so, Alter, nein. Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Es war also im Endeffekt so ein Problem, wenn du im Supermarkt zu dicht vor dem Regal stehst, siehst du nicht, was du haben willst, aber gehst du einen Schritt zurück, dann denkst du so, ach da. Dann habe ich auf 9, 10 umgestellt und dann hat das funktioniert. Oh, scheiße. Das tut mir echt leid. Das tut mir echt leid. Aber ist nicht so schlimm. Kommt noch besser. Ich bin also gefahren und den ganzen Kladderadatsch gemacht. Windows-Rail der frisch ist jetzt Sonntag, Montag frei gemacht. Gestern hat alles funktioniert. Okay? Also ich saß da drüben gestern 5 Stunden drin oder so. Alles lief tippitoppi. Ich setz mich eben gerade da rein, mach den Rechner an, fällt der Sound einfach aus. Einfach so. Tot. Mischpult. Dead. Rechner neu gestartet. Geht wieder. Das ist nicht besonders schön. Witzigerweise, bin noch nicht fertig, witzigerweise habe ich jetzt auf allen Rechnern den Update-Dienst ausgemacht. Also bei mir gibt es keine Updates mehr, weil ich da gar keine Lust mehr drauf habe. Aber mein Streaming-Rechner ist eben gerade auch komplett eingefroren und ausgegangen. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich habe dieses Jahr so viele kaputte Windows-Updates installiert auf all den Rechnern. Ich habe in all den Jahren noch nie so viele beschissene Updates gehabt. Ehrlich nicht. Also so oft wie der Streaming-Rechner dieses Jahr ausgefallen ist, das ist sondergleichen. OBS einfach gecrashed, Rechner tot, runtergefahren, hochgefahren gehen wieder an. Das ist richtig scheiße. Das ist richtig scheiße. Also so viel Stress hatte ich mit den Windows-Updates nicht. Was wir hinter mir sehen, ist ja noch das alte Gehäuse vom alten Stream-PC. Teile sind bestellt, müssten, könnten vielleicht morgen schon da sein. Kühler ist schon da, ist ein richtiger Klopper wieder von Noctur. Ich habe so meine Bedenken, dass der auch in das Gehäuse reinpasst, so wie sie sich das vorstellen. Aber ist egal, das werden wir dann morgen sehen. Also es wird schon passen. Und ja, also da bin ich ja nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen bei den Windows-Updates. Ich kriege halt immer die Krise, wenn ich, wie gesagt, du installierst den Nvidia-Treiber neu und dann auf einmal findet er sämtliche Monitore als Ausgabequelle wieder neu und du deaktivierst sie in den Sounds, damit die auch tot sind und tot bleiben. Aber Windows macht die ja jedes Mal wieder neu an, ne? Da kriege ich schon zu viel. Und bei dem Windows-Update, ja, ne? Richtig jetzt. Dass Microsoft das nicht geschissen kriegt, wenn du einen Nutzungszeitraum eingibst, sich daran zu halten. Das nervt ja wohl nur. Also ich finde es halt auch mittlerweile crazy, dass sie es nicht hinkriegen, zu checken, ob auf dem Rechner gerade Last ist und keine Updates zu installieren. Genau, genau. Absolut. Ich habe ein anderes Problem. Letzte Woche stand ja diese Elgato-Announcement-Sache kurz bevor. Ja. Und ich durfte da ja auch weder öffentlich noch so, ne? Also ich durfte ja irgendwie nichts dazu sagen. Also bei mir angekommen sind zwei Sachen. Du hast ja alles gesehen, ne? Du weißt ja, worum es geht, ne? Ja. Also bei mir angekommen ist das Wave XLR. Das ist ein richtig schönes Audio-Interface mit richtig gutem Klang, mit 75 dB Gain. 75 dB, da kannst du sogar einen Shure SM7B dranhängen. Aber es hat halt keine weiteren Ausgänge, außer halt eben so einen kleinen 3,5 Zoll Klinke hier für das kleine Headset. Und da frage ich mich halt, also jetzt mal ernsthaft Elgato, Audio für einen PC verstehe ich 3,5 Klinke. Aber wenn das ein Audio-Interface ist, das vielleicht auch mal der ein oder andere Musiker, ne? Also wieso ist denn das kein großer Klinkenanschluss? Ein zweiter AUX-Ausgang würde ich mir auch wünschen, dass man das Mikro nochmal woanders durchschleifen kann, ne? Aber warum ist denn das denn ein kleiner Anschluss? Du hast doch viel mehr Probleme, den kleinen sozusagen auf einen großen Adapter zu legen, als andersrum, ne? Einen großen Adapter dabei zu legen und zu sagen, hier, ne? Für alle, die keinen haben, keine Ahnung. Aber ist ja auch egal. Schönes Gerät. Und das zweite war die Facecam, die habe ich auch hier. Und mein Chat hat mich gerade auch aufmerksam gemacht, ich habe Probleme damit. An meinem Main-PC, also mit meinem neuen PC, der neueste PC, mit dem 5950X, mit dem Aorus-Board, ne? Da friert die ein nach einer Stunde oder nach zwei, drei Stunden so, ne? Und ich habe gedacht, der Chat meinte dann auch, ja, das BIOS-Update machst du so. Und dann habe ich mir gedacht, gut, machst du erst ein BIOS-Update, ne? Muss ja eh bei dem Einbau machen. Oder kannst ja eh auf das Neueste gehen, kein Problem, kein Problem. So, aber heute ist sie wieder eingefroren. Und auf dem anderen PC hinter mir, dem da, da läuft das den ganzen Tag durch, keine Probleme. Also vermute ich, dass das ein AMD-Ryzen-Problem ist. Also neueste Generation, da hat man ja einiges schon drüber gelesen, dass da irgendwie ein paar Sachen, irgendwie ein paar Bugs drin waren oder so, ne? Ganz komisch. Das, äh, haha, witzigerweise ist das mit dem Cam-Link genau dasselbe. Mhm. Also, ist eine Vermutung, das passiert beim, äh, beim, beim Cam-Link auch. Äh, du musst mal gucken, ob du in den Windows-Einstellungen, in den Power-Optionen, ob sich da, ob sich die USB-Sachen deaktivieren können, dass du das ausmachst. Hast du wahrscheinlich schon getan? Ähm, in dem speziellen Fall noch nicht, aber ja, es gibt noch ein paar andere Workarounds, ja. Das kannst du auf jeden Fall mal machen und dann musst du mal gucken, ob in BIOS, ob du die Möglichkeit hast, von deinen USB, äh, von deinen USB-Anschlüssen die Spannung umzustellen. Weil wenn das Ding zu viel Spannung hat, kann das auch sein, dass das nach einer Weile passieren. Okay, ja, guck ich mal nach. Ich glaub, das hat das, ich glaube, das ist, das ist ja ein Gigabyte-Board, ne, also dieses, äh, ich glaub, das Aorus-Board hat das nicht mit der Spannungseinstellung. Also das ist ja eher, also ich vermute, dass es eher eine Advanced-Einstellung dann ist. Aber das ist ein guter Tipp, das guck ich mir auf jeden Fall mal an. Nee, und, ähm, die Bildqualität und auch Lowlight und auch, dass man ISO auslesen kann und dass man die Settings auf der Kamera speichern kann, das ist toll. Ja. Das ist wirklich toll. Also, ähm, ich kling jetzt wie so ein Fanboy und wie so ein, hey, die Produkte von Algato sind alle super. Ich bin da sehr kritisch und ich hab, halte das nicht hinterm Berg, dass die Kamera bei mir abstürzt, also, dass der PC die Kamera freezen lässt, ne, und... Ach, der ganze PC? Nein, nicht der PC, nur die Kamera speichern und du kannst ja neu starten, aber das ist halt scheiße, du willst, ne Kamera muss halt funktionieren, so, ne. Ja, ja. Und, äh, aber so optisch gesehen, also die Bildqualität, die da rauskommt, schöne 1080p 60, ne, das sieht wirklich gut aus. So, und ich hab vorhin ein Vergleichsvideo gesehen, um auch nochmal den anderen Marken was zu sagen. Ne Kamera, die auch gut rankommt, ist die neue Razer Kio Pro, also die ist ja auch seit ein paar Monaten erst auf dem Markt, ne, die macht auch 1080p 60. Auch in so Vergleichsvideos kommt die vergleichsweise gut schlecht weg, also die, die eine ist in dem Bereich ein bisschen besser, die andere in dem Bereich, ne. Ja. Schönes Ding, aber wir wollen heute gar nicht über Kameras reden, verdammt. Wir steigen einfach ein, ist ja okay. Ja. Ich bekomm die auch noch zugeschickt zum Testen. Sehr gut. Ich hab mir die mal erschlichen. Sehr gut. Mal gucken. Ich lese gerade in meinem Chat, die Zen 3, äh, der Zen 3 Chipsatz hat USB Dropout Probleme, sollen zwar durch BIOS Updates gefixt worden sein, aber haben immer noch sehr viele das Problem. Siehst du? Das meine ich nämlich damit. So, und das hat mein, der alte PC nämlich nicht, der ist noch auf Zen 2. Und, ähm, ja. Weil nach dem BIOS Update lief's dann erst den ganzen Tag durch. Aber, wie gesagt, es kann halt auch sein, dass, weil, ich hab jetzt nicht das Problem, dass ich zu viele USB-Geräte angeschlossen habe und sagen könnte, ja, ähm, das ist ja ein unkomprimiertes Format, das braucht halt viel, viel Datenstrom und, ne, da muss man halt die Kamera an einen USB-Controller hängen, der, ähm, ne, genug, äh, Luft sozusagen hat. Ja. Aber das willst du ja nicht. Egal. So. Es ist halt immer hin und her. Ja. Ja. Immer hin und her. Oh, Jim, kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du mir nach dem Stream die Aufnahme von dem Hardcast schicken, bitte? Weil ich hab keinen Beta-Bahn heute. Durch dieses ganze Hickhack ist das, aber das wär supi, danke. Gerne. Oh, ist mir grad aufgefallen, supi. Ähm, ja, also war witzig. Ich bin froh, wenn funktionierende Updates da sind. Das ist echt die Hölle gerade. Also für mich ist das die absolute Hölle. Ich kann so nicht streamen. Also, weil das überhaupt nicht meinem, mein, mein Anspruch entspricht. Ja, solche, solche, solche Probleme sind auch zum Kotzen. Ob das jetzt Update-Probleme sind oder irgendwelche Sachen, die zwischendurch mal ausfallen, weil sie nicht so sollen, wie sie wollen. Das ist, also, jeder, der, ähm, regelmäßig live ist, kennt sowas. Irgendwann hat man das schon mal gehabt, dass irgendwas kaputt ist und du musst dann halt irgendwie, keine Ahnung, es gibt Probleme, wie das Mikrofon ist andauernd gemutet, die Webcam friert andauernd ein. In deinem Fall, die Updates werden immer irgendwie, äh, machen alles kaputt, so, ne? Das ist, das ist zum Kotzen. Da hat keiner Bock drauf und das, das nervt halt des Todes. Das, ich will das, Alter, ja, gute Besserung. Ich hoffe, ohne Scheiß, ich hoffe, dass hier irgendwann Updates kommen, die gefickt sind und dann ist aus. Alter, dann mach ich da gar nichts mehr. Ich find schon halt wirklich am überlegen, ob ich, äh, so wie, das Geile war ja bei Windows XP, konntest du ja früher so ein scheiß Service Pack runterladen. Das Problem ist ja, dass du bei, du weißt ja bei den ganzen Windows-Updates gar nicht mehr, was das verursacht. Das kannst du ja, weil der installiert ja immer gleich 50 auf einmal durch. Irgendwelche Bullshit-Scheißdinger und dann, das Deinstallieren bringt dann auch nichts mehr, weil der irgendwo irgendwas reingetan hat und dann installiert es einen Rechner neu und dann hast du ja sowieso von Anfang an wieder alles drauf. Das ist halt echt bitter aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob das die Vorbereitung für Windows 11 ist mittlerweile irgendwie, aber das ist ein richtiger Haufen Scheiße, den die hier immer rüberschicken. Also zumindestens zu mir. Oh, kannst du nicht ausdenken, du. Ich glaube, mit Windows 11 hat das noch nicht so viel zu tun. Aber ich hoffe, das wird ein fließender Übergang. Und kein, hey, wir machen jetzt Windows 11, viel Spaß damit. Und dann fängst du wieder komplett bei Null an und hast wieder alle Probleme beim Launch von vornherein. Das werden wir hoffentlich nicht haben. Aber hey, ne? Also ich sag ganz ehrlich so, wie es ist. Wenn ich jetzt eine Phase erreicht habe, wo keiner dieser Computer, also wenn der ein, zwei Tage funktioniert, Windows Update aus und dann bleibt das so. Für immer. Forever. Aber ich bin so, ich hab wirklich die Schnauze voll. Mein Racing Rechner muss sich zweimal dieses Jahr innerhalb von einem Monat Windows neu installieren. Und das geht halt einfach gar nicht mehr. Also nur, weil Windows zu doof ist, mit dem Audiotreiber umzugehen. Letztes Mal, ohne Scheiß, letztes Mal, das war, äh, da ist am Wochenende, äh, fahr ich, äh, fahr ich ein Rennen und hab halt 30 Frames pro Sekunde. Einfach so. Ich bin den Tag davor, bin ich gefahren. Sondern dann vermutest du alles dies, das, ananas, ob es der Server vielleicht ist, äh, startest Rechner neu, geht alles nicht. Guckst in die Auslastung von der Grafikkarte, von der CPU, alles so wie vorher, es geht nicht mehr. Funktioniert nicht mehr. Installierst du Windows neu, funktioniert alles wieder. Denkst dir auch, hast nix geändert, gar nix. Nix hast du geändert, es ist genau dieselbe Scheiße wie vorher, aber dann funktioniert es wieder. Da kriegst du echt die Motten. Aber da hast du dann aber auch richtig in die Scheiß-Update-Kiste gegriffen bei dir, na? Ja, na. Das ist ja nicht Standard. Na, der Streaming-Rechner hat dieses Jahr, also wirklich, seitdem ich umgezogen bin, Streaming-Rechner, ständig. Also, komplett einer am Lampen, jung. Andauern. Wir haben bei einem der letzten Casts darüber gesprochen, vielleicht den Stream-PC auf Linux oder Hackintosh umzubauen. Mhm. Und theoretisch würde das bei mir ja auch gehen, aber dann so Programme, die von zum Beispiel Elgato kommen, die funktionieren dann erstmal nicht. Oder nur Teile davon. So, und das ist dann halt auch wieder Kacke, ne? Einiges kann man dann auslagern, beispielsweise auf ne App, die auf dem Tablet oder ein Handy halt irgendwie läuft. Aber das ist dann vielleicht nicht ganz so komfortabel, oder du brauchst trotzdem ne Windows-Base, ne? Schön ist das nicht. Nee, schön. Aber ansonsten wird's gehen. Ja, das Ding ist halt, du musst ja, dann hast du ja die andere Scheiße auch noch. Es ist ja immer noch den Gaming-Rechner, und bei mir ist ja der andere Rechner, muss ja auch Windows sein. Mhm. Kommst ja auch nicht drum rum. Wenn ich das könnte, wäre Windows schon weg. Ja. Ach. Naja. Aber mit Kabeln hattest du keine Probleme diese Woche, oder? Äh, ne, witzigerweise, ne, witzigerweise nicht. Überleitung zuwerfen? Ja, also witzigerweise nicht. Ich hab, äh, ich hab, ich hatte erst gedacht, ich hab ein Problem mit nem Kabel. Ähm, ich hatte, ich hatte erst ein Problem, äh, hatte gedacht, ich hab ein Problem mit, weil ich hab nämlich so ein, so ein witziges Kabel für meinen Mischpult gelegt, und zwar USB über Netzwerk. Ich weiß nicht, ob dir das geläufig ist, aber, also es gibt Menschen, die wissen nicht, dass das geht. Aber du kannst... Aber du kannst... USB über Netzwerk, hab ich wahrscheinlich mal in nem Linus Tag Tips Video gesehen. Ja. Ne, der war das Thunderbolt, ne, über Netzwerk. Das war so ne, so ne Remote Box, so ne, ja, ja, mhm, okay, ja, okay, bitte. Bei mir geht's hier mit USB A raus, aus dem Mischpult, dann in normalen USB in den Adapter, dann kommt da ein Netzwerkkabel ran, dann geht das Netzwerkkabel hier einmal durchs Zimmer nach da hinten, wieder in so ein Adapter, USB, und dann rin in den PC. Okay. So, und am Anfang... Ja. Probleme mit irgendwelchen Highspeed-Dingen wie, keine Ahnung, also USB ist ja nicht... Also wenn du sagst USB, USB, kannst du da ne Maus dran anschließen oder kannst du da auch ne Kamera dran anschließen? Da hängt mein Mischpult dran, da gehen drei Kameras drüber, da geht alles. Das, was über Cut 6 geht. Okay, nice. Natürlich das, was USB dann der Anschluss hergibt dann, ne, also USB 2 oder 3, also, ja. Nice. Ja, auf jeden Fall ist da mein Mischpult dran, weil ich hab keinen Bock USB-Verlängerungen zu legen, weil das ist ein Typ Kabel, da reden wir gleich nochmal drüber. Mhm. Auf jeden Fall hatte ich gedacht, dass das nicht funktioniert. Der Witz an der ganzen Sache ist, an USB 3 ist zu viel Spannung dran, ne, was dieses Gerät nicht vernünftig funktionieren lässt, aber an USB 2 funktioniert das wunderbar, weil da nicht so viel Spannung dran ist. Der Witz an der Sache, wenn du es an USB 2 anschließt, kannst du immer wieder hoch und runter fahren und erkennt das, wenn du bei USB 3 das machst, musst du ihn abziehen und dann erst wieder anschließen, damit dieser Handshake funktioniert, damit er weiß, ey, okay, diese Spannung brauche ich jetzt. Also, dass diese, diese Spannungsunterschiede von den ganzen USB-Geschichten sind wirklicher fucking pain in the ass mittlerweile geworden, weil dieses... Aber? Ja? USB 4 ist schon vor einiger Zeit verabschiedet worden und eigentlich sind wir jetzt so in dem Zeitlauf nach dieser Verabschiedung, dass die ersten Produkte auf den Markt kommen sollten. Ist aber nicht, wahrscheinlich Corona-bedingt, ne? Ja, keine Ahnung, also ich bin sehr gespannt, ich hoffe, das hört bald auf mit diesem Spannungsblödsinn, aber es ist wirklich, also es wird wirklich sehr, sehr unangenehm auf Dauer. Das hast du ja bei USB-Verlängerungen auch. Also, um da jetzt mal den Bogen zu schlagen, warum ich eigentlich über dieses Thema sprechen möchte. Das Problem ist ja, es gibt so viele unterschiedliche, bescheuerte, verfickte Kabel, dass du halt einfach irgendwann wahnsinnig wirst. Kaufst du eine USB-Verlängerung, USB 3, 5 Meter, denkst dir, läuft. Schließt du an, läuft nicht. Nimmst du eine andere 5 Meter, Amazon Basic, die ist halt so dick und nicht gebradet, die andere ist so dick. Die Dicke funktioniert, die andere nicht. Und dann sitzt du halt immer davor und denkst dir so, warum zum Teufel funktioniert das denn nicht? Und davon habe ich mittlerweile, also USB-Verlängerung habe ich bestimmt locker 50 Meter hier zu Hause, wenn das mal reicht. Und nur, weil das eine 5 Meter nicht funktioniert, aber das andere funktioniert tadellos. Aber jetzt mal kurz der Klugscheißer in mir, wir reden schon jetzt über USB-Repeater-Kabel, nicht einfach nur Verlängerung. Nee, nur Verlängerung. Verlängerung? Ja. Also eine passive Verlängerung, auf der nicht extra Saft drauf liegt, wo nicht nochmal extra, hm, okay. Kannst du 5 Meter gehen, danach ist Feierabend. Ja, aber 5 Meter insgesamt, ne? Nicht 5 Meter verlängern. Du kannst 5 Meter insgesamt gehen, ja. Mhm. Genau. Ich habe aber 5 Meter Verlängerung und dann das Gerät hinten dran, die eine geht, die andere nicht. Ich habe das schon mal erzählt, ich hatte vor, also in meiner letzten Wohnung hatte ich vor einiger Zeit meinen PC auf der Gästetoilette stehen. Habe gegenüber in dem Zimmer, also Gästetoilette, Flur, Zimmer gegenüber war mein Büro und habe die Kabel sozusagen über den Dachboden verlegt, weil wir, ne? War ja erst Etage, oben drüber hat keiner mehr gewohnt. Habe ich mit Vermieter abgesprochen, Decke war nur abgehangen, war kein Problem, ne? Kleines Loch hier, kleines Loch da, easy, ne? War insgesamt so zwischen 12 und 15 Meter Kabellänge, die ich dann verlängern musste. Und ich kenne die Scheiße mit der aktiven Verlängerung oder der passiven Verlängerung dann. Dann fällt die Scheiße aus. Dann ziehst du den Stecker raus, dann steckst du den Stecker rein. Dann konntest du früher im Gerätmanager noch zugucken, Kabel gefunden, also USB-Dingens gefunden und dann die ganzen Geräte, die dranhängen. Ja, das war zum Kotzen, zum Kotzen. Aber das größte Problem war dann, ja, es war USB. Das größte Problem war wirklich USB. Richtig blöd. Aber da habe ich dann drei passive, also drei aktive Verlängerungen, die nicht zusätzlich mit Strom versorgt wurden, einfach hintereinander geschaltet und es ging. Aber nicht immer. Ne, es ist ab und zu mal ausgefallen und beim Zocken war das dann halt scheiße. Das ist, also wirklich, USB ist für mich, seit ich das Rick in Berlin hinter mir stehen hatte, ne, einfach nicht. Kann ich verstehen. Was war denn so das teuerste Kabel, das du bisher gekauft hast? Einzelnes Kabel, das einzelne Kabel, Länge ist egal. Ja gut, ne Kabel, zehn Kabeltrommel auch? Ja gut, das ist ja ein Verlegekabel, das ist wieder nur nach Länge, nach, äh, ne? Also das nicht, ne? Das ist jetzt schon ein bisschen lame dann, ne? Ja okay, deswegen ja, Lahnkabel halt dann, das war schon, das war viel, aber... Ich glaub 50 Euro, äh, für ein Patchkabel? Ne, für, ne, ich glaub 50 Euro für ein Insetkabel hab ich bezahlt. Ja. Ich hab schon mal über den Großhandel ein Kabel gekauft, extra geschirmt, dies, das, ananas, ein DVI-Kabel, um, wie gesagt, diese 15 Meter zu überbrücken. Das Kabel war dann so, das hatte so ein ganz krummes Maß, das war irgendwie knapp 13 Meter, das war so 12,5 plus Meter, ne, plus Anschlüsse, dies, das. Und dafür hab ich, soweit ich weiß, 120 Euro bezahlt. Aber, es hat funktioniert, keine Probleme mit der Bildwiederholfrequenz gemacht oder mit den Auflösungen, ne, für die damalige Zeit. Aber da hab ich extra, ich hatte einen Bekannten zu der Zeit, der hat in so einem Elektro-Großhandel gearbeitet und die konnten halt auch so Audiokabel, so ein paar besondere Marken und so ein paar besondere Dinge halt irgendwie holen. Der hat auch immer gesagt so, ja, das ist alles nur Geldschneiderei, ne, wenn du so bei, bei Mediamarkt, Amazon oder wo auch immer irgendwelche so Kabel kaufst und dann denkst du, hast du sieben Euro so einen richtig geilen Schnapper gemacht oder so, dann sagt er, ja, lach ich drüber, ne, also, wenn ich sehe, was da so ein Kabel kostet und die werden ja einfach nur konfektioniert und dann war's das und dann kriegen die vielleicht ein anderes Sleeving und einen anderen Anstrich sozusagen, ne, ein Label und dann, dann, ne, bla. Ja, und dann dachte ich so, ja, cool, dann krieg ich mein, mein langes Kabel krieg ich halt für einen schmalen Kurs und dann ruf ich ihn an und er so, ja, was denkst du, was dein Kabel kostet? Er so, ja, so und so. Ich so, was, willst du mich verarschen? Nee. Okay, das ist das beste Kabel, was du jetzt nehmen kannst, ne? Alles klar. Schönen Dank auch. Ich glaube, das wurde so vertrieben für so diese High-End, ähm, ähm, Beamer. Ja. Die ja auch immer eine gewisse Distanz, wenn du die an die Decke hängst, halt, die du zu der Quelle halt irgendwie haben, ne? Richtig, richtig räudig. Also ich glaube, also wenn ich mal so, so ein Groß-Einkauf durchrechnen müsste, den ich mal getan habe, um umzubauen, ich glaube, da war das Teuerste, wo ich nur Kabel gekauft habe, also wirklich ne, ne ganze, ganze Batterie waren 350 Euro. Oh, ho, ho, ho. Alles klar, okay. Also die meisten Kabel, die ich bisher am Stück gekauft habe, waren bei Thomann. Da habe ich einmal, bei meinem ersten Mal, wo ich so richtig zugeschlagen habe, da habe ich irgendwie alle möglichen Kabel und ich wusste genau, was ich brauche. Kannst ja vorher ausrechnen und angucken und so und bla bla bla. Und da habe ich irgendwie noch für alle möglichen Eventualitäten Kabel dazu bestellt und die habe ich aber auch nie zurückgeschickt. Die habe ich immer noch hier vorne drin liegen. Das ist so eine ganze Kiste voll nur mit Kabel. Also nur mit hier die ganzen Klinkenkabel, die XLR-Kabel, verschiedene Anschlüsse vorne, hinten groß, klein, lang, kurz, Patch-Kabel. Und das waren immer noch nicht alle dabei, weil ich immer noch diese typischen Brummschleifehler drin hatte, ne? Ganz toll. Kennst du diese Ikea-Boxen, die man in Kallax-Regale reinschiebt? Ja. Diese aus Pappe? Davon habe ich fünf Stück. eine Box nur Videokabel, eine Box nur Audiokabel, eine Box nur LAN-Kabel, eine Box nur Stromkabel und dann eine Box, wo einfach noch der Rest drin liegt. Dann habe ich noch so eine Schale USB-Verlängerung, dann habe ich noch so eine Schale USB-C, USB-Mini, USB-Micro, den ganzen Scheiß. Dann habe ich noch so eine Schale Netzteile und dann hatte ich noch so eine Schale, wo allerhand andere Scheiß Akkuladegeräte drin sind. Alter, ich kann nicht mit Kabel zuscheißen. Aber weißt du, was das Schlimme an der ganzen Sache ist? Das Schlimme an der ganzen Sache ist halt immer, es fehlen 30 Millimeter. Dafür musst du dir ein neues Kabel kaufen. Oder du hast zwar drei Tonnen Kabel zu Hause im Bestand, aber das Kabel, das du jetzt gerade brauchst, hast du nicht. Das habe ich immer da, also das habe ich wirklich immer da, aber es ist dann zu kurz. Und dann kannst du es nicht adaptieren. Ich habe LAN-Kabel, ich musste meinen Serverschrank von da nach hier stellen. Die Kabel waren zu kurz von hier nach hier. Ich kenne das. Um 30 Zentimeter. So, dann ist aber auch nicht, du kannst das irgendwo anders hinschieben oder so. Nein. So. Das wäre ja zu einfach. Ja, richtig. Jetzt hast du halt drei Meter fünfzig lange LAN-Kabel extra liegen, weil du damit nichts anfangen kannst. Das kannst du dir nicht ausdenken, die Scheiße. Und dann brauchst du, weiß ich, hast du drei Trilliarden USB-C-Kabel und dann brauchst du ein langes USB-C-Kabel, um nach da oben zu kommen. Ja. Oben an der Decke, damit du so rumgehen kannst. Nee. Hast du nur noch ein Mini-USB. Da sprechen wir die gleiche Sprache. Es ist einfach, weißt du, manchmal wünschte ich mir, wirklich. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte diese Scheiße alleine löten und wüsste, dass da nichts Schlimmes passieren. Wünschte ich mir manchmal. Aber so Netzwerkkabel, die Dosen aufsetzen, auflegen, das machst du noch, ne? Ich habe das nicht mehr. Ich habe alles, also ich habe nur, dieses Büro hat LAN, alles andere hat WLAN. Hm, okay. Alles klar, alles klar. Weil woanders brauche ich das nicht. Also mein Apple TV geht über WLAN rein. Na gut, die Küche kommt über DLAN hierher. Also, weil das reicht für da hinten. Dicke. Und da ich woanders keine Dosen brauche in der Wand, weil ich keine Kinder habe oder eine Freundin, die irgendwo LAN braucht, ist mir das scheißegal. Da habe ich einfach drauf verzichtet. Ich habe bei einem der letzten großen Umzüge, habe ich dann wie immer, ne? Die ganze, aus allen Ecken, alles zusammengetragen und da ist mir erst mal aufgefallen, dass ich gefühlt ein 100 Kilo Kaltgerätekabel habe. Stromkabel. Und dann habe ich die original unironisch bei eBay eingestellt. Also, weil das war halt noch die eBay-Zeit so, ne? Da hast du halt gesagt, hier, das sind, ich weiß nicht, 20 Stück Netzwerkkabel, ne? Circa zwei Meter lang. Diese typische, äh, nicht Netzwerk, ähm, Stromstecker, Stromkabel. Ja. Foto davon gemacht. Und die waren auch innerhalb von einem Tag haben die sich verkauft, weil, ne? Es gibt immer Leute, die das dann, dann noch für ihren Handel oder was auch immer brauchen. Und, äh, wenn sie die einzeln kaufen, dann kosten die halt auch 3,95 Euro, ne? Und bei mir dann halt, keine Ahnung, nur 1,50 oder 1 Euro. Sowas in der Richtung. Ich habe bei mir im Keller auch noch eine schöne Sammlung, ähm, an solchen, also, du kennst ja diese großen Postkisten, ne? Also, solche Kisten habe ich im Keller, die passen bei mir auch super in den, ähm, ins Regal mit rein. Und da habe ich noch so, so alte Audiokabel. Wir haben, ich habe gestern erst geschaut, ich habe noch was anderes nachgeguckt. Ähm, eine Kiste ist nur voll mit irgendwelchen alten Audiokabeln. So, so Chinchkabel, die dann abgeschnitten worden sind, die man mal zum Verlegen von irgendwelchen Boxen gebraucht hat. Was man früher so gemacht hat, ne? Und ich weiß genau, dass ich mindestens das Dreifache davon schon noch hatte und habe alles noch schon entsorgt. Immer weggebracht, zum Entsorger gebracht oder, ne, irgendwo anders denn hier in diese Elektro-Boxen. Wir haben uns hier, ähm, wir haben uns hier in der Ecke so, so, äh, für so Elektro-Kleingeräte, solche Boxen, äh, stehen, äh, wo man auch so Glas reinschmeißen kann. Also, wie für diese Gas-Container, nur halt eben für so Elektro-Geräte. So, und, äh, durch solche Dinge, ne, da musst du sie nicht extra zu so einem, äh, Hof oder sowas bringen. Finde ich auch super. Oder vorgestern ist mir, ähm, nee, letzte Woche ist mir, äh, in meinem, in meinem Badezimmer ist mir so ein großer LED-Fluter kaputtgegangen. Ähm, mein allererster Green-Screen, den habe ich immer so mit allem möglichen Scheiß beleuchtet. Und irgendwann habe ich mir dann, äh, gedacht, ja, holst du hier solche LED-Spots? Habe ich mir diese kleinen LED-Spots geholt, die wir alle noch von früher kennen, diese ganze 20-Watt-Dinger, ne? Und die, die waren aber zu punktuell. Da hab ich gedacht so, ja, was machst du da? Ja, okay, mal, guck mal hier, bei Amazon gibt's halt auch diese großen 50-Watt-LED-Strahler. Das ist dann so ein Klopper gewesen, ja? Ja. Also, so groß wie, so, fast so groß wie hier das Elgato Keylight, das große. Und dann machst du das an und deine Netzhaut löst sich ab, weil das halt einfach nur brutal hell ist, ne? Ja. Davon habe ich vorher zwei benutzt, um meinen Green-Screen anzuleuchten. Ah, nur den Green-Screen, dann? Ja. Nur den Green-Screen, ne? Eins von links, eins von rechts. Und, äh, als ich jetzt hier in diese Wohnung gezogen bin, hab ich, äh, in meinem Badezimmer, da war nur dieses Standardlicht und das war halt zu dunkel. Ja. Und die Vormieterin, die hatte einfach so eine, so eine, so eine Standleuchte hingestellt. Und ich hab das dann einfach an die Wand angeschraubt, an die Decke. Und das ist jetzt so horrormäßig kaputt gegangen. Du machst das an und dann immer so. Tz, 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 Ja. Ja, das hab ich noch ausgetauscht und dann auch erstmal entsorgt. Richtig platt. Jetzt hast du den anderen, den anderen Flutter genommen, oder was? Jetzt hab ich noch den, ja, ich hatte ja zwei. Ja, ja, klar. Und da lag ganz im Keller und da dachte ich mir so, ja komm, bevor du dich mit der Scheiße beschäftigst. Und das ist mir auch egal, ob da dann jetzt irgendwie nur ein kleines Teil vielleicht kaputt gegangen wäre oder sowas, ne? Also, ich habe das aufgemacht, ich habe reingeguckt, ich kann das nicht reparieren, ich bringe das auch nicht noch zu irgendwem anders, komm, das ist es nicht wert. Also ja, also es macht, Upcycling macht immer Sinn, keine Frage, aber in diesem Fall habe ich mir gedacht, du hast noch eins und du kaufst dir nichts Neues, du brauchst jetzt erstmal das andere Ding und gut ist. Ja, und die letzte Zeit habe ich hier, Thema Kabel, hier noch so ein bisschen mit so den anderen Spielereien rum, um experimentiert mit ein bisschen Licht, da werde ich wahrscheinlich die nächste Zeit auch noch ein bisschen für den Stream mal was ausprobieren und mal rum experimentieren, aber das ist noch nicht spruchreif, so mit dabei. Aber weißt du, welches Kabel mich am meisten Nerven gekostet hat bei meinem Audio-Setup? Nee. Das Kabel von meinem DBX286S, das ist ja der Kompressor, zum Mischpult. Warum? Also, nie Probleme mit dem Gerät gehabt, ab und zu hat mir einer geschrieben, ja, du hast ein Störgeräusch in deinem Mikro. Ich so, ja, das ist kein Störgeräusch, du bist der Einzige, der das hört. Dann hat mir mal einer gesagt, der so ein 7.1-Headset hatte, so von wegen, du hast ein Störgeräusch, total nervig, total hoch, ich bin da sehr empfindlich bei, du hast ein Geräusch, ich höre das. Ich habe den Chat gefragt, hört ihr das Geräusch? Der Chat so, nee, wir hören nichts. Und dann irgendwann wurden das aber mehr, die haben dann gesagt, ey, du hast ein Störgeräusch. Ich denke so, dachte ich, was kann denn das sein? Ich habe doch hier, ich gehe doch hier über diese, diese Audio-Analog-Wandler, ich gehe doch immer über, über die optischen Kabel halt in den PC rein und andersrum, kann doch nicht funktionieren, kann doch nicht sein. So, stellt sich raus, die Verbindung zwischen dem Mischpult und dem Kompressor ist ein stinknormales Patchkabel, auch nicht besonders gut geschirmt und naja, es liegt halt da, wo es halt so liegt. In der Nähe sind halt auch Stromkabel und andere Dinge, die man da nicht so wirklich gut von trennen kann. Hast du bei Google schon mal nach synchrones Patchkabel gesucht, gegoogelt? Nee. Das ist nämlich nicht der richtige Fachbegriff, das ist der fachlich inkompetente Bericht, also der nicht korrekte Begriff dazu, aber es gibt auch ein paar Videos auf YouTube, die das erklären, wie es richtig heißt und warum die Leute danach suchen und dann habe ich mir dieses scheiß Kabel für 10 Euro nachbestellt, Geräusch weg. Von heute auf morgen. Und das ist jahrelang, war es nicht da. Jetzt erklär mir mal, warum das war. Ist mein Strom hier irgendwie schmutzig oder sitze ich zu nah da dran oder keine Ahnung, ist die Erdstrahlung auf dieser Stellung von unten, bin ich auf so einer Magnetader oder sowas? Jetzt erklär mir das mal. Pass auf, ich erzähle dir mal, ich erzähle dir mal wirklich einen sehr kecken Witz. Ja, bitte. Der hat damit auch zu tun. Ich habe unter meinem Tisch gehen, äh, äh, geht von hier unter dem Tisch geht das, äh, Kabel für mein, äh, für meine Tastatur hier runter und dann, äh, hier runter und dann so rum zu den PCs. Mein Mikrofonkabel hängt oben drüber. Also geht quasi unter dem Tisch hier lang nach hier. Mhm. Das USB-Kabel und das Headset-Kabel, also von dem Mikrofon, haben sich irgendwann unter dem Tisch durchgehangen und getroffen. Ich habe dadurch sehr witzige und kryptische Geräusche gehabt. Ich habe wirklich, ich habe tagelang, Jim, habe ich das gesucht. Ta- gelang. Und dir ist nicht aufgefallen, dass das Kabel einfach nur durchhängt, ne? Nee. Nee. Und man geht auch nicht davon aus, dass ein, ein, ein USB-Kabel, was ja, also wirklich, was ja auch gebraidet ist, also hier rundherum sind ja Sachen und auch ein Abge, also ich benutze jetzt hier nicht 2,5 Mark, äh, äh, XLR-Kabel, dass das das auslöst. Ich habe ohne, ich habe gedacht, ich telefoniere mit fucking Aliens. Ich habe mir ein neues, Jim, ich habe, du musst dir, das ging so weit, ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt. Ich habe mir ein neues Mikrofon bestellt, weil ich so sicher war, dass das nicht sein kann. Und irgendwann saß ich hier so und habe so geguckt und dann denke ich mir so, ne, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Warte, ich fixe eben das Problem, klick. Ja. Dann habe ich mich an deinen Tisch gelegt, habe das eine Kabel stramm gezogen, das andere ein bisschen mehr durchhängen lassen und dann war es weg. Ey, ich habe wirklich, also, ich habe mich dumm und dämlich gesucht. Ich habe, also, ich habe hier, das ist mein dritter Adapter, den ich bestellt habe, weil ich gedacht habe, der Adapter ist kaputt, weil nämlich der Adapter von dem alten, von der alten Version, von diesem, wenn du den angefasst hast, hat der immer geknackt wie Scheiße. Dann habe ich gedacht, dass das vielleicht der Adapter ist. Ich habe mir noch einen extra beschert. Ich habe jetzt mittlerweile noch einen hier drin. Ey, nee, wirklich nicht. Oder hinten genau dasselbe, USB-Kabel dran. Da. Von einem auf den anderen Tag, Alex, fängt das an zu fiepen. Also, irgendwas mit ist im Hintergrund. Ich sitze an dem Rechner, ich habe nichts angefasst. Also, wirklich, wenn ich sage, dass ich nichts angefasst habe, habe ich nichts angefasst. Also, nicht so wie unsere Eltern früher, sondern, ich habe wirklich nichts angefasst. Den einen auf den anderen Tag. Wie unsere Eltern früher. Ja, unsere Eltern haben ja auch immer gesagt, ich habe nichts gemacht. Nee, wo kommen denn die 350 Yahoo und Google Bars in deinem, äh, Internet Explorer her? Ich habe nichts. Weißt du, pass auf, stellte sich raus, jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, mein Staubsauger-Roboter hat den Kabelkanal von der Wand abgezogen und die Kabel da drinnen, das war dann halt das Netzwerk-Kabel vom Sound und das, äh, Mikrofon-Kabel haben irgendwann so aufeinander gelegen. Okay, da gab es dann eine Signalüberlagerung, ja? Ja, und weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? Das Mikrofon war ganz normal, wenn der Rechner aus war und da war kein Fiepen drin, kein gar nichts. Ich habe hier alles auseinandergenommen, Alex. Ich habe da hinten alle Strippen rausgezogen, alle Strippen neu gelegt. Es ging nicht weg. Es ging verfickte Scheiße nicht weg und irgendwann habe ich unter dem Tisch wieder geguckt, hier, und da hinten, also da hinten an der Ecke treffen sich die beiden ein Kabel logischerweise, weil die gehen halt beide nach hier hinten zum Mischpult hin. Und dadurch, dass er das von der Wand gezogen hat, hat er das hinten unterm Tisch in der, in der Schnalle, in der das drin war, so eng zusammengezogen, dass die so aufeinander lagen und da kam das Fiepen her. Ist das nicht schön? Ja, es ist nicht schön. Ohne Witz. Also wirklich, wenn Leute mittlerweile sagen zu mir, Tissi, also, ich habe ja gedacht, du hast Ahnung davon, wenn die wüssten, wenn die wüssten, was schon alles, also wirklich, was für Sicherheitsvorkehrungen unter diesem Tisch getroffen worden, damit all diese Eventualitäten nicht mehr eintreffen könnten. Ich habe ein Kabel, das habe ich mit einer Rolle C war eingewickelt, damit dazwischen so viel Abstand ist, damit das andere Kabel da nicht mehr drauf kann, weil genau das diese Geräusche entwickeln. Unter meinem Tisch ist mittlerweile ein Stromstrang, das ist so eine Wulz, da denkst du dir, du ziehst halt einen riesigen, also wirklich so ein Starkstromkabel, alles abgebunden, dass sich das ja nicht bewegen kann. Auf der anderen Seite mittlerweile nur Audiokabel und dann extra mittlerweile, weil ich so die Faxen dicker hatte, habe ich sogar meine Netzwerkkabel alle extra noch hingelegt unter dem Tisch in der Extra-Wanne und alle USB-Geräte auch noch in der Extra-Wanne und dann meinem Tisch sieht es aus wie auf einer fucking Datenautobahn mit sechs Spuren. Also halbe Matrix-Operator, ja? Ist, ey, ohne Witz, ist wirklich so. Weil das einfach, du sitzt halt wirklich auf, du sitzt zu Hause an deinem Rechner und du hast nichts getan. Du weißt nicht, wo das herkommt. Und auf einmal... Sag mal, Tessi, ist dein Sound heute kaputt? Tessi, warum pfeifen denn das? Ich weiß es auch nicht! Oh, und dann geht die Sucherei los im Stream. Ey, da kriegst du eine Krawatte. Mittlerweile mache ich einen Stream aus. Und sag, Chad, tut mir leid, ich muss erst mal gucken. Sorry. Da habe ich keine Geduld für. Und jetzt kommt noch ein witziger Witz. Twitch hat irgendwann mal mit ihrem Codec rumgefummelt. Also mit irgendeiner Scheiße in ihrem Browser. Und da ist es nur so, dass das bei einigen Leuten Fiepen im Sound verursacht. Immer noch. I remember. Also immer noch ab und zu. Also immer noch ab und zu. Also ab und an passiert das nochmal. Und da sitzt einer in deinem Chat, der sieht fiepen. Alter, alles laut. Reden, leise. Ich höre nichts, sorry. Ich kann das nicht hören. Kann nicht bei mir sein. Der sieht das fiepen. Und dann der Nächste so, ja, ich höre das auch. Und dann nimmt der auch noch ein Audio-File auf. Ja doch, das fiept. Doch, doch. Und du hörst dir das an und dann hörst du das aber auch und denkst dir so, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Ich höre doch alles. Du hörst es ja selber ab. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das eine Kabel, also was halt an den Computer geht, was das zurückgibt, dass das das ist, geht übrigens auch nicht. Das ist separat, einzeln, sogar unter diesem Tisch verlegt. Das ist nicht mal irgendwas in der Nähe. Gar nicht. Und dann kommt mein Mod. Also ich habe ja so ein Sicherheitssystem für die WOTS. Das geht halt hier hin und zu YouTube. Und dann wird das noch einmal gespeichert auf dem Server. Ohne, dass das einer anfasst. Und dann hört er da rein. Da ist nichts. Zwei Stunden im Stream geschwitzt. Zwei Stunden. Nein, hier fiebt nichts. Doch, das fiebt. Und dann hat der Mod glücklicherweise rein. Nee, da fiebt nichts. Oh, fiepen. Der Tod. Ich mache das immer so, wenn eine einzelne Person sich im Chat beschwert, dass es halt asynchron ist oder Störgeräusche da sind. Dann frage ich den Chat nochmal. Und wenn der Chat, ich kenne ja so zwei, drei Leute, die vielleicht gerne mal reintrollen, die berücksichtigt man dann vielleicht eher nicht so bei dieser Entscheidungsfindung. Aber wenn der Chat dann irgendwie sagt, nö, Sound ist okay, dann gehe ich eher immer bei einem Problem bei dem User aus. Und was das dann ist, ob das dann auf Twitch kommt oder die Person vielleicht gerade das Headset falschrum auf hat, das kommt ja mal vor. Ich habe das auch geschafft vor ein paar Tagen mal wieder. Ja, dann ignoriere ich das für meinen Fall. Klar, man gibt dann vielleicht ein paar Lösungshilfen, aber ansonsten, ja, passiert das. Schwierig. Aber ja, solche Probleme, die hat man im Laufe der Zeit. Und je mehr Technikscheiß du hast, desto eher so anfälliger kannst du dann halt auch sein. Und wie du schon gesagt hast, wenn man irgendwann, also jeder Veranstalter wird dir halt irgendwie sagen, Stromkabel haben nichts in der Nähe von Audiokabeln zu tun. Das muss halt sauber getrennt sein. Ganz klar. Und früher oder später machst du das halt bei dir. Also guck bitte niemals unter mein Mischpult, weil da ist, also unter dem Mischpult ist nochmal eine Freifläche und da drunter ist dann quasi dieser Ibiza Strom Ein- und Ausschalter und da drunter ist dann quasi der DBX. Naja, und dahinter sind sozusagen Kabel. Alle. Nicht gut, aber funktioniert. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, Jim, ich habe auch aufgehört damit, weil jetzt einfach, wenn genau so ein Problem auftritt, dann muss das auseinanderreißen. Also ich habe, meine Beinfläche ist okay, zu den Rechnern würde ich sagen, geht es geordnet hin. Es geht auch einen Strang vernünftig nach da, aber hinter meinem Mischpult, da hängt einfach alles nur rum. Weil ich einfach irgendwann gesagt habe, wenn das wirklich anfängt zu fiepen und du musst da alles auseinanderfuseln, ne, ich kann ja nichts mehr drauf. Kann ich verstehen, ja. Vor allen Dingen, kann ich verstehen. Dadurch, dass du halt immer unterschiedliche Lenken hast, musst du drei Meter aufwickeln, weil das Kabel kriegst du nicht in 30 Zentimeter und dann, dann machst du das zusammen, dann kommt das nächste, dann musst du einen halben Meter aufwickeln und dann hast du da hinten, hinter deinem Mischpult, hast du irgendwann so ein schwarzes Loch kreiert, was halt aussieht wie so ein Kegel, wo du dann einfach so durchgucken kannst, was denn da so dran hängt. Und dann hängst du das unten an den Tisch und dein Tisch hängt sich halt so durch irgendwann, weißt du? Naja, das geht nicht. Aber pass auf, ich habe noch, ja, erzähl. Nee, erzähl, erzähl. Okay, okay, du jetzt Alex, komm. Jetzt du komm. Es ging nur um Monitorkabel, ganz langweilige Sache, Monitorkabel hast du auch nie genau in der richtigen Länge und Monitorkabel habe ich mir, habe ich also mir angewöhnt, auch schon recht früh, eher so die Hochwertierung, in Anführungszeichen, laut Produktbeschreibung eher stärker geschirmten Kabel halt zu bestellen, damit man halt eben nach oben hin nicht diese Probleme hat. Also gerade wenn du halt eben sehr hohe oder hohe Auflösung, sagen wir mal 4K, übertragen würdest, was ich nicht tue oder halt eben halt auch demnächst wieder in die Richtung 240 Hertz zu gehen, was die Bildwiederholfrequenz angeht, dann macht sich das schon bemerkbar. Also anders gesagt, bei einem digitalen Signal, es kommt ja entweder an oder es kommt nicht an. So, aber Kabellänge ist da halt auch sehr entscheidend. Weißt du, dann hast du halt hier so drei Monitorhalter und dann musst du erst mal vom Monitor über den Monitorhalter an den Tisch gehen. Dann gehen, die meisten Monitorhalter sind ja eher so in der Mitte zentral. Also gehst du dann von der Mitte des Tisches wieder nach außen, dann nach unten, dann zur Seite, dann wieder hoch zum PC. Also ist ja bei mir so aufgebaut. Und wenn du da halt das Standard mitgelieferte Kabel benutzt, dann kannst du es maximal bei dem Monitor, der am nächsten dran steht, anklemmen, also anschließen und direkt wie so eine, wie so eine Bananenpeitsche halt eben so. Und dann reicht's auch nicht. Ja, und dann reicht's manchmal auch nicht, weil das dann so scheiß starre Kabel sind oder sowas. Ja, und die, die ich jetzt hab, die sind fünf Meter lang, was bedeutet, dass eins davon natürlich deutlich zu lang ist, so das, was am nächsten dran ist und die anderen, das muss ja dann auch irgendwie nochmal wieder gescheit aufrollen oder aufwickeln und ja, das hab ich so gut, es ging alles unter dem Tisch verstaut und das funktioniert auch, da hab ich auch keine Störgeräusche, aber ja, ich würd auch nicht empfehlen, da mal einen Blick reinzuwerfen, weil das ist nicht bueno. Aber es funktioniert und ich komm jetzt, kann den PC hinstellen, wo ich will, ich hab die, die Kabel, die vom PC abgehen, die hab ich auch nochmal mit so einer, mit so einer Zugentlastung, mit so einer Kabelschelle an, das Regal angeschraubt, also sprich, die Kabel kommen quasi alle von unten, wie so eine, wie so eine Asipalme hängen die dann da so, wenn das nicht angeschlossen ist. Ja. Kann man das noch sagen? Asipalme, ja, ne? Weiß jeder, was gemeint ist? Ja, ich glaub, das geht. Ja, das geht so, ne? Und da hast du dann halt alle Kabel dran und die sind halt auch, also sowohl, sowohl die Zugentlastung lässt sich mit zwei Schrauben lösen oder mit einer halt, ne? Als auch dieses Kabelsleeve, das ist auch von einer Seite komplett offen, das kannst du mal eben so aufklappen, also selbst wenn du dein Kabel austauschen müsstest, kein Stress. So, und das ist halt alles auf die richtigen Länge, bin ich super zufrieden mit. Ja. Und dadurch, dass der Tisch jetzt hoch und runter fahrbar ist, ne? Und das funktioniert auch, ich bin super froh, dass ich mir einmal die Zeit dafür genommen hab, das einmal gescheit einzurichten. nach dem Stream hier mal eine Stunde lang vorstehen und nicht die ganze Zeit dann auch nach dem Stream oder davor die ganze Zeit immer einfach nur davor sitzen. Weil das merkt man schon auf Dauer, so dass es nur rumsitzen. Ja, ich mach das nicht mehr. Also ich mach, ich streame hier nur noch und dann geh ich hier raus. Ja, ja, klar. Ich weiß, hast du erzählt. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Okay. Ich hab eine super witzige Anekdote. Ja, bitte. Ach, ich hab noch so viele Anekdoten zu kabeln. Pass auf. Ich hab ja nur bei dem einen oder anderen schon mal den Stream eingerichtet und Hardware verbaut. Das ist dann so auch der Punkt, wo viele Menschen mich dementsprechend auch konsultieren. Ich erinnere mich an einen Fall, als ThisEguy sich ein Streaming-PC zusammenbaute. Funktionierte alles und irgendwann ist ThisEguy auf den Trichter gekommen, er möchte gerne 1440p 144 Hertz an seinen Streaming-PC übertragen. Naja. Man hat gesucht, man hat gefunden damals, die erste Capture-Karte, die das wirklich konnte, war die Mageway. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sie heißt. Da hab ich ja heute immer noch. Und naja. Man musste bei der Capture-Karte damals, das, was ich dir auch geschickt habe, ein Edit-File laden, damit die Capture-Karte zur damaligen Zeit die Auflösung erkennt. Geht heute übrigens automatisch mittlerweile, also braucht man nicht mehr machen, aber man musste dieses Edit-File auf die Karte schreiben. So. Jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Sascha hat das alles gemacht. kam kein Bild an. Nichts. Tot. Ich kenn die Story schon, aber ich werd nicht spoilern. Tot. Einfach, da kam nix. Naja. Alles durchgeguckt. Wirklich alles. HDMI-Slots ausprobiert. Alles. Ich glaub, Sascha hat zu dem Zeitpunkt auch einen Tweet verfasst. Hä? Das geht doch gar nicht. HDMI, 144 Hertz, ist doch Quatsch. Schmuh, funktioniert nicht. Sagen Menschen heute übrigens immer noch. Den Menschen könnt ihr sagen, könnt ihr euch umdrehen, mit dem braucht ihr euch nicht unterhalten. Das hat keinen Sinn. Weil mittlerweile, also es ging damals auch schon, das geht schon super lange, wenn man den richtigen Standard verwendet. Und da sind wir an dem Punkt, der richtige Standard. ich sag schon, was hast du denn da für ein Kabel dran? Ich geh davon ja immer aus, dass die Menschen, die diese Hardware kaufen, wissen, was sie da gemacht haben. Ich so, was hast du denn da für ein Kabel dran? Amazon Basic. Ich so, okay, Amazon, ja, und weiter, ja, halt ein HDMI-Kabel, ne? Mhm. Ich so, okay, aber, also, aber, du brauchst HDMI 2.1, damit du 1440p 144 Hertz übertragen kannst. Ja, das weiß ich nicht. Okay, gut, dann können wir das jetzt hier an der Stelle nicht ausschließen. Könntest du eventuell eins besorgen oder eins kaufen? Ja, mach ich. Sascha hat sich also nun ein Kabel bestellt und jetzt dürft ihr dreimal raten, was funktioniert hat, nachdem das Kabel da dran ist. Ihr wollt nicht wissen, Chat, ihr wollt nicht wissen, wie lange das gedauert hat, bis ich auf den Trichter gekommen bin, dass dort ein falsches Kabel verbaut ist. Das ist heute mittlerweile, also heute ist das das allererste, was ich frage. Das allererste, was ich frage, hast du 2.1 und aufwärts da dran hängen. Wenn eine Antwort kommt, weiß ich nicht, sage ich sofort, kauf das hier. Ja, da kannst du quasi von vornherein davon ausgehen, also bei höheren Auflösungen. Das wird auch sicherlich nochmal mehr bei Menschen in den Fokus rücken, wenn mehr Leute jetzt auf den neuen Konsolen spielen, neue Xbox, neue Playstation und so weiter und dann auch einen dicken Fernseher in 4K da dran hängen haben, wenn das auch in das Bewusstsein rückt, dass man auch mit mehr als 30 FPS auf der Konsole spielen kann. Also wenn du einen Fernseher mit 100 Hertz Panel hast, theoretisch oder wie auch immer, angeblich haben die Fernseher sowieso dann alle 120 Hertz Panel, aber das ist ein anderes Thema und du willst das halt auch ausnutzen und du hast Spiele, die das können, weil die Konsole das ja auch kann so, dann kann es halt sein, dass es nicht geht, weil das Kabel das auch nicht kann. Schwierig. Ja, ich freue mich immer bei Menschen zu Gast zu sein und die dann immer so hier so eine HDMI-Kabel anpacken. Hier so eine dünne. Ja, die sind gut. Die du dann so wie so ein Lass ist zwei gegen das Zimmer. Ja gut, aber es gibt natürlich auch schon Kabel mit einer ordentlichen Schirmung, die dann auch HDMI 2.0 oder 2.1 dann jetzt haben, die auch nicht so super dick sind. Also das ist jetzt nicht so. Aber ich weiß, was du meinst. Das Standard Amazon Basic ist halt dann 1.4 gewesen so und bam. Man guckt sich das Kabel an und es spricht schon mit einem. Hallo, ich bin nicht hochwertig, ich war bei einer Playstation dabei. Das, es reicht gerade mal für Full HD. Steck mich an, Baby. Steck mich in die Buchse. Ich geb dir einfach alles, Baby. Ich glaub, das Kabel spricht eher anders so. Erlöse mich. Ich bin schon so lange hier. Ich habe Dinge gesehen. Bring mich endlich zum Versorger, äh Endsorger. Ich war mit, ich war mit einem Adapter an einem VHS-Recorder dran. Wirklich. Ich war da dran. Ich hab Sachen gesehen. Es war pixeliger als alles andere auf der Welt. Ah ja, richtig schön, ja. Richtig schön. Ja, nee, solche Kabel kenne ich auch, aber das habe ich im Laufe der Zeit bei mir alles mal so entsorgt. Alles, was an super Kabeln so da war. Und ich habe mir auch abgewöhnt. Ich hatte mal, ich hatte mal so, ich hatte mal ein, also ich hatte damals ein langes Netzwerkkabel, eins, für, wenn du auf eine LAN-Party gefahren bist oder sowas. Also ein wirklich, keine Ahnung, das war so ein 50 Meter, war das nicht, 30 Meter Kabel, irgendwie sowas. Und das war damals halt in Anführungszeichen teuer, weißt du? Oh, das war halt ein 30-Euro-Kabel halt so. Und dann habe ich das zu Hause irgendwie mal geschafft, dass das irgendwie mal festgeklemmt hat und dann war da so ein Knick drin und ich habe noch doberweise daran gezogen und ich dachte, das hängt nur unter so einem, ist ja egal, ja. Und dann war da halt irgendwie so ein Knick, so ein Kabelbruch oder was auch immer. Ich angel schlossen, Kabel ging natürlich nicht, ne. Ist ja, scheiße, kacke, ne, nochmal geguckt. Netzverbindung steht, ja, okay, ja, dann scheint das nochmal zu laufen. Wenn ich heute noch so was habe, so ein Wackelkontakt, das wird entweder direkt entsorgt oder im Fall von Netzwerkkabel halt abgeschnitten und dann einfach neu verkrimmt und, ne, bam, läuft. So, aber sowas mache ich nicht mehr. Wenn ein Kabel einmal, einmal irgendwie einen Ausfall hatte und es ist das Kabel gewesen und nicht die Geräte dahinter, weg damit. Ja. Machst du dir keinen Gefallen mehr, wirklich. Auch wenn es schon so ältere Kabel sind. Erinnere ich mich an ein schönes Mutti. Da erinnere ich. Ey, du kannst dir die Scheiße einfach nicht ausdenken. Ich habe ja letztes Jahr meinen Racing Rig in Berlin hinter mir stehen gehabt. Und, ähm, ich hatte, ich hatte einen vierten Bildschirm an meinen PC angeschlossen. Mhm. Ich hatte ein HDMI-Kabel, habe ich verlegt, habe das da hingezogen. Und der Bildschirm ging nicht an. Der ging nicht an. Kein Bild. Der Windows nicht erkannt, gar nichts. So. Hm. Den habe ich mir damals von meiner Ex-Freundin einfach vom Schreibtisch eingeklaut, den abgezogen, habe den da hingestellt und der ging. Du hast ihn mit dem Kabel, was dabei war, abgeschlossen? Nee. Mit dem Kabel, was da lag. Ich habe dieses Mysterium bis heute nicht klären können, warum der eine Bildschirm nicht anging. Weil nämlich der Tausch, den ich dafür eingegangen bin, der war echt scheiße. Weil ich habe einen 24-Zoll Full-HD-Monitor gegen einen fucking Office-Monitor mit 1440p und 27 Zoll getauscht. So eine Scheiße. Ich habe gekotzt wie ein Elch, ey. Und ich habe den Tausch übrigens vollführt. Ich besitze diesen Monitor nicht mehr. Ich wünsche dir viel Spaß damit, Ex-Freundin. Ähm. Ich habe das bis heute nicht rausgefunden, warum der nicht anspringt. Ich habe Kabel getauscht, Adapter getauscht. Ich habe alles getauscht. Ging nicht. Sehr strange. Richtig strange. Weißt du, dass eine Grafikkarte auch einen primären Monitor-Anschluss hat? Ja. Das hat nichts mit Windows zu tun. Ja, ich weiß. Damit habe ich mich letztens, okay, über dir habe ich ja auch keinen Zweifel, dass du das weißt. Aber ich habe mich letztens mit meinem Chat so ein bisschen gestritten, als ich hier am PC, jetzt nicht beim letzten Mal, sondern davor, als wir den PC gemacht haben. Und ich habe gesagt, Leute, ich kann mir das nie merken. Bei einer Grafikkarte ist der Anschluss, der am weitesten weg von dem PC-Express-Slot ist, der primäre oder es ist der untere, der erste. Und die richtige Antwort lautet, der am weitesten weg ist, also der an der Slot-Blende oben ist sozusagen. Und das hat nichts mit Windows zu tun. Und der Windows kannst du ja sagen, eins, zwei, drei, egal welcher, das ist mal ein primärer Monitor. Windows bastelt sich das dann schon zurecht. Aber das Gerät, das an dem oberen angeschlossen wird, als oberstes, das ist quasi das, wo dann auch die BIOS-Informationen und sowas ausgegeben wird. Das ist der Primäre von dem, und da gab es früher mal ein Video von Battle Nonsense, da habe ich das das erste Mal überhaupt gehört, vorher habe ich mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, der hatte irgendwie so ein ganz weirdes Problem mit irgendwas mit G-Sync und Bildwiederholfrequenz und bla und das trat bei ihm nur auf, weil er seinen Hauptmonitor nicht an diesem primären Anschluss angeschlossen hat. Richtig blöd. Der Witz ist ja, du kannst ja alle anschließen, aber nur dieser eine wird immer befeuert als erstes. Ja. Ja. Finde ich halt super witzig, weil mein, äh, bei meinem Stream-PC, mein BIOS ist halt immer so. Und, äh, mein BIOS ist immer so, und ich habe mich jahrelang, habe ich mich darüber geärgert, bis ich das dann irgendwann mal geschnallt habe, aber jetzt finde ich das so kultig, dass ich meinen BIOS immer so bediene. Stell dir mal vor, du hättest deinen Monitor aus welchem Grund auch immer mal komplett umgedreht, weil das zu deinem Setup besser passt, weil manche Monitore haben ja auch so ein dickes Kinn unten. Ja. Und, äh, das möchtest du dann vielleicht irgendwie zwei Monitore dicht aneinander machen und dann hast du vielleicht deinen primären Monitor auf dem Kopf. Ja. Das ist schon, ey, also, ich habe mich das auch sehr lange gefragt, bis ich dann, äh, das mal hinterfragt habe und das dann, äh, rausgefunden habe, warum das denn so ist, ja. Ich lese mal eine Sache aus meinem Chat vor. Vergessen, vergessen den Monitor an Strom anzuschließen. Ich bin schon mal zu jemandem gefahren, der mir, der mir, geschworen, also, ich habe am Telefon dann die übliche, äh, weil ein Kollege von mir eine Fehleranalyse durchgegangen ist und, äh, der hatte dann einfach nur das Stromkabel nicht angeschlossen. Das war auch, also, für ihn war es sehr peinlich, ne, das war auch so ein Computermensch irgendwie, also, ja, ich finde das nicht, vielleicht kannst du ja mal vorbeikommen, na, bla, 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 dies, das, das, so, und, ja, dann war einfach, der hatte keinen Strom, so, und er so, ja, das war doch vollendran, ich so, deshalb liegt das jetzt hier neben und ich stecke es ein und es läuft sofort, oder wie, aber ganz ehrlich, bei so einer Fehleranalyse, ich habe letztens erst einen Fehler gehabt, dass, ähm, dass ein, ähm, Stecker nicht richtig drin gesteckt hat. Das kann halt mal passieren und das, und zwar, oh, ah, hier, das war bei meinem, äh, bei meinem Audiointerface, äh, nicht beim Audiointerface, bei dem, bei dem DBX, der hat ja hinten ein Patchkabel, wo er rausgeht, in den, äh, und geht von einem Patchkabel, ist ja ein 6, irgendwas, äh, in den, ins, ins Mischpult und das, äh, der kriegt ja den Zulauf von dem Mikrofon auch immer ein XLR-Kabel. So, und dieses Patchkabel ist durch das permanente Rumschieben, Rumstellen und so weiter, bla, 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 da drunter ist ja ein bisschen Kabelwirrwarr dahinter, hat sich, hat sich, hat sich dieser Klinkenstecker, der ja nochmal ganz drin steckt, hat sich so ein bisschen rausgezogen. Ja. Und du weißt, was dann passiert. Ja. Es hört sich scheiße an und irgendwie manchmal geht's und manchmal geht's nicht und ich dachte so, was ist denn das? Das kann doch gar nicht sein. Alle Kabel geprüft, dahinter geguckt, 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 reingeguckt, nö, Stecker ist ja drin, auf den Convertern drauf, jo, ist alles klar, Converter, Stecker raus, Stecker rein, das Übliche alles einmal durchgegangen und dann irgendwann, ich greife da so hinten so dran und ich denke so, hm, da ist ja noch ein bisschen Futter hinter. Klick. Passiert. Es passiert. Es soll nicht passieren, aber es passiert. Ich hab das mit meinen optischen Kabeln, dadurch, also jetzt stehen, steht das bei mir anders und ich muss da andere Kabel reinmachen und ein Kabel ist ein bisschen kürzer geraten durch die Verlegung und ich hab dann letztens mein Gaming-PC etwas nach vorne gezogen und ich hatte keinen Sound mehr aus dem Discord. Ich weiß gar nicht, mit irgendwie hab ich hier, ich so, Alter, das kann nicht sein. Ich hatte gestern Sound. Es kann nicht sein. Wirklich überlegt, hoch, runter geschoben, dies, das, andere, das, alles durchgeguckt, mit Chat auch gequatscht und dann sagt irgendwann einer aus dem Chat, sind die Kabel richtig drin? Ich so, also, will ich verarschen hier. Ja, so, also sowas sage ich mittlerweile nicht mehr, sondern ich kontrolliere das dann aber so, geh runter und dann hat sich das optische Kabel durch das Verziehen so einen Millimeter nach oben geschoben und man hatte dann halt nicht mehr genug Kontakt, um den Sound durchzugeben. Da hab ich das reingeklickert und auf einmal hab ich wieder was gehört. Mager, da wirst du wahnsinnig. Oh, äh, Glasfaser. Ganz toll. Ich hab einen Glasfaseranschluss für mein Internet zu Hause und, ähm, ja, das war auch ein kleiner ausschlaggebender Grund für diese Wohnung, damals, als ich eingezogen bin und mein Vermieter hat mir in meinen Vertrag reingeschrieben, dass ich den Glasfaseranschluss bis in die Wohnung bekomme. Hätte er nicht machen brauchen, hat er aber gemacht, weil er hat halt gemerkt, jo, ne, der hat Bock und, äh, das ist ihm halt irgendwie wichtig und fand ich halt nett. So, und dann, und dann komm ich das erste Mal so hin und ich guck so und im Keller war halt eben dieser Hausanschluss und auch die, die Dose und von da aus wär ich dann halt normalerweise mit dem LAN-Kabel hochgegangen und da hab ich so gesagt, so, nee, so dachte ich, das ist doch scheiße, wenn du in einem Mehrfamilienhaus, wo du ja die Leute nicht einschätzen kannst, wenn da die Dose quasi öffentlich für alle einsehbar ist und jeder könnte dein, dein LAN-Kabel rausziehen. Ich mein, klar, die können jetzt auch diese Glasfaser durchschneiden oder rausziehen, aber, ne, aber so kann halt jeder, der an den Cut-Anschluss rankommt, ne, mal eben kurz mit dem Notebook meinen Internetanschluss nutzen. Da hab ich dem Vermieter gesagt, also, das kenn ich jetzt so nicht, ne, ich fänd das schon ganz gut, weil wir es ja auch im Vertrag drinstehen, dass der Anschluss halt in meiner Wohnung drin ist. Ja. Er rumtelefoniert, er so, ja, ich krieg dieses Kabel irgendwie nicht, ne, ich hab jetzt geschaut und ich hab noch Kontakt zu denen, die den Ausbau hier gemacht haben, das ist ja mal ein Subunternehmer und von denen kaufe ich jetzt so ein 50 Meter Glasfaserkabel und das, das legen wir dann durch die Bude. So, das hat er dann gemacht und die sind einmal hingekommen und haben dann stundenlang hier über den Dachboden, wie man, wie man zu Hause halt Kabel verlegt, ne, normal. Und ich dachte schon, scheiße, wie gehen die mit dem Ding um? Weil ein Glasfaserkabel, wenn du jetzt nicht gerade eins aus einem High-End-Audio holst, das ist ja fimmelig dünn, so, ne, und die so, ja, wir müssen hier das einmal durch den Schacht durchballern und da und dann ziehen wir da einmal so ein bisschen und ich dachte schon, das kann nicht heile sein, das kann nicht heile sein. So, und irgendwann, irgendwann waren die nach fünf, sechs Stunden, fünf, sechs Stunden zu zweit waren die dann damit fertig und das kommt bei mir da hinten in der Ecke an. So, und, ja, wie das dann so war, der Anschluss lief dann halt nicht sofort, aber er sagte so, ja, also hier ist alles da, jetzt muss halt nur noch deinen Provider da irgendwie Dampf drauf geben und dann läuft das. So, ja, dann wird das geschaltet, es war Dampf drauf, alles war gut und ich denke, und ich mache so die, wie man das so macht, ne, du machst einen Speedtest, denkst dir so, ah, jetzt hier Gigabyte Speed, ne, 500 Mbit Upstream, ja, Arschlecken 350, Speed war halt völlig unter aller Sau und zu der Zeit habe ich noch über Magenta Hybrid hier noch einen Anschluss gehabt und auch mit dem Handy, aber das ist ein anderes Thema und die kurze Story ist, ein paar Tage später musste dann nochmal ein Techniker kommen oder eine Woche später kam nochmal ein Techniker raus, weil die sich dieses Problem auch nicht erklären konnten und die haben mir am Telefon gesagt, so, ja, bei Ihnen in der Region wird halt noch ausgebaut und, ne, sie werden schon die volle Geschwindigkeit kriegen, aber irgendwas stimmt hier nicht, die Dämpfung passt nicht und blablabla, das Übliche halt, was so ein Techniker halt sagt oder so eine Person am Telefon. Stellt sich raus, mein Vermieter hat ja, ist ja kein gelernter Glasfaser-Installationstechniker und Glasfaser ist nicht wie bei so einem Audiokabel, was wir zu Hause verwenden können, vorne theoretisch glatt und wenn du reinguckst, siehst du so ein rotes Licht, sondern das ist quasi, ne, quasi so keilförmig und an dem Übergabepunkt, also sprich, der jetzt hier bei mir, also das letzte Endstück sozusagen, da liegt dann halt quasi schräg auf schräg und ergänzt sich und er hat es natürlich 180 Grad gedreht eingebaut und da standen jetzt quasi so übertrieben gesagt zwei Spitzen aufeinander. Dass da was ankommt, ist okay, aber dass da nicht das ankommt, was ankommen soll. Also musstest du einfach das Kabel drehen? Ne, das wurde aufgelegt. Das ist nicht einfach so reinstecken und so weiter, das ist halt dann so ein kleines Bauteil, dass ich das mal übertrieben gesagt genauso ineinander greift wie so ein Bahnwaggones Ding und der Techniker, der denn hier war, super freundlicher Kerl, auch völlig entspannt und er so, also ich mache jetzt hier mal ein Siegel drauf und wenn das beim nächsten Mal gebrochen ist, dann werden sie wahrscheinlich diesen Technikereinsatz voll bezahlen mit Anfahrt und allem, weil das ist ja unser Hoheitsgebiet, da dürfen sie gar nicht dran. Das können sie ihrem Vermieter auch mal ausrichten. Und ich dachte mir nur so, hm, ja okay, jetzt sei mal nicht zu frech, sonst kommt er auf die Idee, dass er das noch weiter nach oben weiterleitet und dass wir das auch nochmal bezahlen müssen. Ja. Das war dann das Rätsel's Lösung so, ja. Und ja, ab dann hatte ich mehr oder weniger volle Bandbreite. Das war auch richtig krass. Ich hatte nämlich nicht die volle Bandbreite, ab dem Moment hatte ich dann 500, 500, also up und down, aber es fehlte noch die volle Bandbreite auf dem Gigabit und das lag daran, weil ich wohl bei dem Provider Deutsche Glasfaser deutschlandweit laut Aussage von dem Mitarbeiter im Backoffice einer der ersten zwölf Kunden deutschlandweit war, die den Gigabit-Anschluss gebucht haben. Hier, schickt mir eure Rechnung. Yeah. Geil. Ja, Early Adapter-Scheiße halt. Und ja, das Ende vom Lied war dann halt eben, ich fand's echt nett, dass er mir das so erklärt hat und ich hatte dann damals auch, was man so sagt, ja, es gibt ja auch hier die Fritzbox, da kam er auch direkt mit der Glasfaser rein und dann sagt er so, nee, nee, vergessen sie das. Wir sind daran interessiert, dass der Scheiß läuft, so übertrieben gesagt, ne? Wir legen ihn das bis in ihr Haus oder auch in die Wohnung, ist kein Problem, aber das Ding packen sie besser nicht an, da braucht man Spezialwerkzeug und das Kabel wird, bevor es aufgelegt wird, muss es auch nochmal mit einer speziellen irgendwas gesäubert werden und dann aufgesetzt werden, bla bla bla, ne? Kann man ja theoretisch alles selber, du musst ja nur die Information haben, dass das, dass das, dass das quasi abgewinkelt ist, ne? War gut. War richtig gut. Ich entzinne mich auch an eine nette Kabelgeschichte, äh, hier eingezogen, Techniker da gewesen, alles tippitoppi, war, war schöni, haben wir, äh, haben wir, oh Gott, hier ist gerade was abgegangen. Ich hab nur eine Fliege verjagt, ne? Ich hab nichts bei dir gemacht. Ne, 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 ich glaub, ich bin gerade einfach gegengekommen. Ähm, Techniker kommt, alles tippitoppi funktioniert, äh, liegt alles da und, äh, ich hab ja ein einziges Kabel in meiner Wohnung, Alex, sehr unschön verlegt. Mit Gaffer, mit, ja, eins, mit Gaffer-Tape auf dem Boden festgeklebt. Das ist wirklich sehr unschön, schäme dich. Ja, und das geht quer durch den Flur. Das sieht richtig scheiße aus, Alex, wirklich. Und aber auch nur, weil ich kein Scheißkabel für 50 Meter verstellen wollte, damit ich das über die Decke und dann rum und dies, das hab ich nicht gemacht. Weil ich mir gesagt hab, ne, dieses Mal, Nils, kaufst du kein neues Kabel. Ich hab das, dann war so clever, ich hab das hinter so eine Vitrine gebunden, um den Fuß zweimal gewickelt, damit es stramm ist, damit man nicht rüber, stolpern. Das mit dem Wickeln machst du irgendwie häufig, ne? Ja, das sollte man übrigens nicht tun, äh, das ist super, super scheiße. Hab mich mir auch abgewöhnt. Naja, ich hab's dann halt da drum gemacht, einmal, damit's halt stramm ist und dann lag das hier. Natürlich bin ich einmal dran hängen geblieben, war nicht so schlimm. Man hat's ja, man, man ist ja, man ist ja Gamer, man hat Reflexe auch in den Füßen, weißt du, als Simracer dann noch mehr, Fuß weggezogen, ging. Hab ich mir einen Staubsaugerroboter angeschafft, denk ich mir so, naja, der blöde Scheißding würdest du ja wohl schaffen, äh, darüber zu kommen. Mhm, äh, kann er bestimmt. Kann er. Schafft er. Hat er es zwei, dreimal geschafft. War mir sehr sicher, dass das okay ist. Naja. Irgendwann sitze ich eines Tages hier im Stream, das Ding fährt rum, war noch so ein dummes Ding, hat halt gemacht, was das wollte, fährt die ganze Zeit durch die Gegend, auf einmal Internet weg. Ich gucke in meinen Netzwerkschrank, ich so, hä? Ja, das kann ja nun gar nicht sein. Wo kommt das jetzt auf einmal her? Hä? Naja. Internet halt weg, kommt auch nicht wieder und ich denke mir so, manger, auf ein, was für ein Scheiß, Alter, auf einen Sonntag, kein Unwetter, hier ist nix, Sonneschein, was soll das? Ja, geh raus, steht der Roboter auf ein Kabel und hat das eingewickelt. Ich so, Alter, das ist nicht mein Ernst, ne? Ich aber wirklich, ich saß hier fünf Minuten und denke mir so, okay, naja, was soll sein, so, ne? Also, wird wahrscheinlich Ausfall sein. Ja. Ich hab das Ding rausgefummelt und denke mir so, Alter, das ist nicht mein Ernst, kann nicht kaputt sein jetzt, ne? Weil so ein Kabel hab ich ja natürlich nicht mehr zu Hause für die Wand hier. Das ist das eine Kabel, was du nicht in fünffacher Ausführung hast, in drei, 30 Meter Länge. Ich hab das rausgewürfelt, das Ding, langgezogen und dann hat der das wirklich, jetzt, hör mir zu, der hat wirklich, Ich schaue dich an. Der hat wirklich beim Aufwickeln das Ding aus der Wand gezogen. Starker Roboter. Ihr müsst euch vorstellen, das Kabel steckte, also, das Ding steckte so in der Wand und das Kabel ging so runter. Der hat's wirklich hingekriegt, so, also krumm, das Kabel aus der Wand zu ziehen. Ich hab 10 Minuten gebraucht, bis ich gecheckt habe, warum ich kein Internet habe. Weil ich das Kabel, ich hab das Kabel halt rausgepult aus dem Ding, ich hab mir schwarzes Gaffer-Tape auf graue Fliesen, übrigens sieht ultra hässlich aus, kann ich euch mal ein Instagram-Story von machen. Ich das ganze Kabel mit Gaffer-Tape abgeklebt, aber den Staubsauger-Roboter wollte ich eigentlich aus dem Fenster schmeißen und dann ging Internet immer noch nicht. Ich steh dann hier und denk mir so, was, das kann doch nicht sein, was ist denn das für eine Scheiße? Fritzbox neu gestartet, hin, ne, kreuz, quer, dies, das, Ananas, irgendwann geh ich zu der Dose, drück auf das Ding drauf, ach so, Kabel war nicht drin, Internet wieder da, ja. Ja, schön. Ey, ich hab so gekotzt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hab so gekotzt, also wirklich. Ich hab, mein Staubsauger-Roboter hat eine Sache vor kurzem erst geschafft, der fährt bei mir immer oben rum und da steht auch ein so ein Tisch und da stand auch dieser PC letztens erst drauf und da hängt halt auch ein Kabel runter von dem Headset, wenn es nicht angeschlossen ist, so, ne, weil man das ja ein paar Mal jetzt bewegt hat und das hängt aber nicht in der Reichweite von diesem Staubsauger, also natürlich nicht. Eigentlich so und das Ding hängt nur an einer Stelle, so, dass der vielleicht, wenn er, also ein Staubsauger-Roboter ist ja nicht groß, ne, der ist ja, und das Ding hängt halt auch absichtlich nicht so, aber das hing einmal, weil jemand da dran gekommen ist wahrscheinlich, hing es ein bisschen, bisschen zu tief und der Staubsauger-Roboter ist ja rund, also die meisten und hat ja dann diese kleinen Borsten, die dann so über den Fußboden dann zuarbeiten, ne, ich frage mich bis heute, wie der dieses Kabel erwischt hat und hat dann das ganze Ding erst mal, ich sitze hier unten und ich höre es ja, du hörst ja den Roboter dann so, ne, und dann höre ich auch mal, bam, ich denke so, was war das denn, also, ne, also auf Parkett, das hat halt so ein Geräusch gemacht, ich denke so, naja gut, wird halt irgendwas umgefallen sein, ist jetzt nicht so schlimm. Komme ich nach oben, dann hat er das komplette Kabel von so einem, von so einem Headset komplett irgendwie versucht zu fressen, hat sich festgefressen irgendwie und das ganze, ach, das hat 20 Minuten gedauert, das wieder so richtig zu enttüddeln und er hat es dann auch nicht, weißt du, er hat das dann auch nicht an der Ort und Stelle gemacht, so nein, er ist dann auch erst nochmal irgendwie aus dem Raum raus, in den Flur und in den anderen Raum rein und denkst du, was macht der da, ne? Ja, richtig blöd. Aber passiert. Okay, pass auf, so ein Ding habe ich auch. Ich habe neben meinem Bett, habe ich eine Ladestation, also für meine Uhr, für mein Handy und dann liegt noch ein Kabel extra USB-C für mein Tablet und das ist ein bisschen länger, weil manchmal willst du dich ja umdrehen im Bett und dann willst du... Ja, ja, klar. Genau? Und dann nicht wirklich ohne Scheiß, also stell dir vor, du gehst im Winter bei minus drei Grad baden, kommst nackig aus dem Wasser raus, so lange hat das Kabel ungefähr aus dem Bett rausgeguckt, also so, ja? Und da ist so ein Spalt, da passt der Staubsachroboter gerade so rein, wirklich gerade so, gerade so. ich sitze halt draußen auf dem Balkon, mache halt piff-paff, freue mich meines Lebens, alles ist schön, alles ist lucky, denke ich mir so, ja, schön, der Staubsachroboter ist ja bald fertig und dann kriege ich so eine Push-Nachricht, ihr Roboter hängt fest und ich denke mir so, wie zum Teufel kann dieses Scheißding in dieser Wohnung, wo nichts auf dem Boden steht, festhängen? Wie? Und ich gesucht. Ich durch die ganze Wohnung gelaufen, habe ich den nicht gefunden. wirklich. Badezimmer, alles durchgeguckt, zweites Badezimmer, Gästezimmer, unter der Couch, Küche, nichts. Kannst du deinen Roboter über die App callen, dass er was sagt oder was macht? Ja, kann ich, aber ich hatte kein, hatte mein Ding gerade nicht da. Ja, klar. So, und dann gehe ich in mein Schlafzimmer und denke mir so, du kleiner Ficker, der hat wirklich, Jim, viereinhalb Meter Kabel rausgezogen, das Ding war um das Ding drum und in der Bürste drinne, der hat das komplett aufgefressen. Und dann, dann guckst du dir das so an und denkst dir, wie denn? Wo hast du das denn hergeholt? Und was war das für ein Kampf? Das muss ja zehn Minuten gewesen sein. Du hast ja die Anaconda, die hat dich ja komplett, die hat dich ja komplett aufgefressen. Ich das ganze Ding da rausgeholt und ohne Scheiß, ich stand da, ich konnte das Kabel nicht mal in der Luft halten, da wird immer noch Kabel extra übrig. Absoluter Wahnsinn. Ich habe eine Wohnung über zwei Etagen und auch das, da macht mich mein Chat gerade aufmerksam, dieser Staubsaugerroboter, das ist halt keiner nach dem Chaos-Prinzip, der scannt schon und fährt die Bereiche dann schon ab, aber der ist halt auch schon, ich sag mal, drei Jahre alt jetzt mittlerweile, also der arbeitet viel, ja, okay, aber der ist halt auch nicht neueste Generation. Ganz ehrlich, ich würde mir jetzt auch keinen Staubsaugerroboter für ein paar, weiß ich, 400, 500 Euro kaufen, das ist mir zu viel. Da habe ich keinen Bock drauf. Die etwas Dümmeren, die sind auch völlig okay. Und naja, die haben ja solche, solche Absturzsensoren, also die merken ja schon, wenn da eine Stufe ist oder irgendwie sowas. Die funktionieren aber nur dann, wenn er nicht in einem, oh, ich habe ein Objekt gefunden und ich hänge gerade an diesem Objekt fest und ich muss jetzt aber Gas, weißt du, da stand ein Stuhl zu nah an dem Abgrund, also an meiner Treppe dran und der hing irgendwie ein bisschen doof mit einer Seite an diesem Stuhl halt fest und wollte jetzt aber ums Verrecken, also laut seiner Intelligenz halt von dem Stuhl wegfahren, aber hat nicht gecheckt, dass wenn er fährt, dass er dann noch mehr an den Abgrund dann ist. Ja, und er hing halt dann so 45 Grad schon im feinen Fall und hing nur noch oben an so einem Ding dran. Das habe ich mal irgendwie, das habe ich gepostet bei Twitter und ja, das Staubsaugerroboter-Erlebnis. Mein Staubsaugerroboter ist super. Ich habe so einen Hochfloorteppich oben in meinem Wohnzimmer stehen und der ist wirklich, also ungelogen, wirklich hoch und an dem einen Tag kommt er da problemlos drauf und kämpft sich da durch und du hörst es an dem Motor und so, ah, ich hasse es, aber das ist mein Job und ich liebe es. Ja. So, und beim nächsten Mal hast du irgendwo anders halt so ein kleines Teil und da kommt er ums Verrecknis drauf. Ich komme mir, es tut mir leid, das sind zwei Millimeter, das schaffe ich heute nicht. Nee, nee, nee. Sir, das ist nie hier ernst. Das, das ist unschaffbar. Oh, der Dschungel da vorne sieht aber ansprechend aus. Geil, da muss ich rein, Junge. Aber voll, ey. Ich entzünde mich noch, wo wir gerade bei Staubsaugerroboter sind, ich das Ding gekauft, den neuen, den Roborock S6, glaube ich, heißt der, und das Ding losgesaugt und das war so schön leise. Im Gegensatz zu meinem vorigen, oh, das war, ich saß halt immer so, oh, Mann, ist der leise. Hm, oh, schön. Tolli. Spitzenmäßig. Die ersten Wochen ist man ja total verliebt. Man läuft ja immer die ganze Zeit nur so hinterher. Oh, Mann, bist du ein Feini. Oh, bist du ein Schödi. Am Anfang läufst du immer hinterher und du guckst dir das an. Das machst du so, Tolli. Ich störe dich zwar beim Vermessen, aber ist egal. Oh, das ist echt Schödi. Und irgendwann so, ja, gut, okay, er macht das schon, morgens um 10 fährt er los, alles klar, alles Gute. Und dann sitze ich am, am, am Frühstückstisch und mache halt Frühstück, gönne mir da mein, mein Wasserchen und dann irgendwann fährt er los und ich denke mir so, Alter, was ist denn hier los? Ich so, Alter, das Zeug, come on, jetzt echt? Nach zwei Wochen? Ich mir da nichts weiter gedacht, hat ja immer noch gesaugt. Und, man konnte ihn orten. Also, man ist auch morgens davon wach geworden. Und ich so, was ist denn das für eine Scheiße? Ich mir da nichts gedacht, ach, fahr weiter, halt die Schnauze, mach dein Ding, hauptsächlich du machst es sauber. Und dann, habe ich irgendwann den Tank hinten leer gemacht und dann denke ich mir so, sag mal, warum sind denn da zwei Köpfe von Kabelbinder drin? Bah! Ich das Ding erstmal leer gemacht und dann geguckt so und dann haben sich halt wirklich ohne Scheiß um die Bürsten zwei Kabelbinder gebunden und die Köpfe sind immer, da wo halt der, der Dreck reingeht, sind die immer dagegen geklackert die ganze Zeit. Der war halt auch so um zehn Dezibel lauter und du hast dir so gesagt, das kann doch nicht mein verfickter Herze und da guckst du ja auch nicht nach, weil die waren so eingebunden, dass halt die vordere Schnauze im Gehäuse war und die hintere Sache auch im Gehäuse war. Das heißt, wenn du von unten geguckt hast, waren da nur Bürsten und das war klack, 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 aber dann habe ich es weggemacht und dann ging es. Sehr geil. Also, der Schaubsauger-Roboter, ich lasse den sein Ding machen und ich glaube, so alle zwei bis maximal dreimal mache ich den Tank halt leer. Ich lasse den auch nicht jeden Tag laufen, also ich sage mal so zwei bis dreimal in der Woche, aber eher so zweimal in der Woche und wenn du einmal in der Woche den Tank leer machst, passt halt. Und dann, die App finde ich bei dem auch sehr gut, dass die weiterentwickelt wurde, immer wieder was Neues dazu bekommen ist und da kannst du halt viel besser diese Wartungsintervalle sehen, so von wegen, hey, du solltest die Bürste und dann mal da ist so ein Werkzeug bei, damit man die richtig mal entzupft und so weiter. Und wenn man sich an diese Wartungsintervalle hält, es dauert halt fünf Minuten oder zehn Minuten die sauber zu machen, solange die Motoren laufen und alles, da wird ja auch weiter arbeiten. Also da sehe ich keinen Grund, sich jetzt extra neuen zu holen oder sowas. Ja. Richtig gut. Richtig gut. Ich bin allerdings ein bisschen neidisch auf die Staubsauger-Robote, die noch intelligenter sind, also die Programmierung, das kennt ja im Prinzip alles ein und du hast ja in deiner App dann auch den Grundriss sozusagen, den er dann erkannt hat und du merkst schon, dass der sehr dumm diesen Platz abfährt und der ist auch manchmal einfach überfordert, wenn eine Kleinigkeit im Weg ist wie dein Bein oder sowas. Das muss man schon sagen. Und wie du schon sagst, am Anfang rennst du da so hinterher und denkst dir so, ach, ist das toll. Ah, guck mal, das muss ich jetzt nicht wegmachen. Der macht das jetzt für mich. Ey. Ist das nicht toll? Alex, wirklich, also Reinheit ist um 500% fucking gestimmt. Ja. Ja. Also wirklich, man glaubt gar nicht, wie viel sauber es ist, wenn man jeden Tag Staubsaugt. Natürlich, wir wissen es alle an die Mütter und Väter da draußen, die das schon ihr Leben lang machen. Was für Idioten. Die haben halt vom Leben gar keine Ahnung. Für uns Jämer, die sonst so alle zwei Wochen einmal gesaugt haben, weil man dann erst wirklich den Weil man dann erst den Staub wirklich gesehen hat. Für die war es ja, ist es ja so noch vorher nicht bekannt gewesen. Aber also meiner fährt jeden Tag, der saugt jeden Tag meine Wohnung und wischt meine Wohnung. Also es ist schon schon alleine auch nur was auf Schränken oder oder anderen Sachen an Staub ist. Es ist halt so exorbitant wenig geworden. Ein Bekannter von mir hat so ein so ein Romba gehabt. Die sind ja vergleichsweise teuer zu den zu den Asia-Modellen und der hatte das auch schon ein paar Jahre vor mir vor uns. Und er hatte dann so ein Sideboard mit so schwarzem Klavierlack und er sagte so, seitdem er diesen Staubsaugerroboter hat, der auch automatisch jeden Tag oder alle zwei Tage durch die Gegend fährt, hat er da so gut wie keinen Staub mehr drauf. Vorher musste er das Ding mindestens einmal in der Woche abwischen, weil sonst hätte man es immer sofort gesehen. Also das ist schon wirklich sehr gewaltig. Ich wollte gerade sagen, ich bin so ein bisschen neidisch auf die Geräte, die so an so einer Basisstation einen Tank haben und wo der Tank dann nochmal den Staubsaugerroboter leersaugt sozusagen. Die sind natürlich auch nicht wartungsfrei, ist klar, aber finde ich auch sehr geil. Brauchst du wieder ein bisschen mehr Platz für, aber geht. Geht. Das werde ich vielleicht glaube ich auch irgendwann nochmal machen und mir so ein Gerät anschaffen. Irgendwann mal. Ja. Da hast du ein bisschen weniger Aufwand damit, aber im Großen und Ganzen ja. Naja, also das mit dem, du hast gerade gesagt, der wischt auch bei dir, ne? Ja. Bei meinem ist dieser Wassertank wirklich so wenig, dass der nicht mal einen Raum wischen könnte. Kannst du unten bei dir die Düsen umstellen? Nee, das kann er nicht. Der ist ganz dumm. Ich habe das bei mir auch gehabt am Anfang, da hat er zwei Räume geschafft und dann habe ich irgendwann unter meinem Wischtuch, kannst du, kannst du so die Düsen umstellen, dass weniger Wasser rauskommt. Und jetzt schafft er sogar anderthalb Mal die Wohnung. Ja. Nee, aber der Roborock S6 ist auch eine ganze Generation neuer und besser und größer und stärker als meiner. Meiner ist dann so, also die Marke heißt 360 und ich habe den S5. Ja. Also das ist dann nochmal die Kopie von, soweit ich das verstanden habe, ist das die Kopie von dem Roborock, ja, und dann nochmal eine Generation älter. Aber das ist doch egal, also ich lasse den sowieso nicht wischen. Ich wische hier bei mir, also ich habe ja sowieso Parkett, ist ja eh blöd, das regelmäßig zu wischen, also naja, passt schon. Passt schon. Aber schönes Ding eigentlich, also hätte ich nicht gedacht, ich habe den damals geholt, noch in der alten Wohnung, das war so aus dem Spielen raus, ja, hast du Bock drauf, willst du mal ausprobieren? Und hätte ich nicht gedacht, dass das, aber mir war auch klar, du musst sowieso noch sauber machen, es ist, der kommt nicht überall hin, du musst sowieso noch in den Ecken und so weiter alles machen, aber wie du schon sagst, das war das, was ja so an groben Schmutz halt immer aus der ganzen Bude rausholt, ist der Hammer. Richtig geil. Das, also du musst halt nicht mehr so oft und so viel, das ist halt schon eine Lebenserleichterung. Ja, definitiv. Ja. Ich habe, also ich habe noch so eine witzige Kabelgeschichte. Hau aus. Also ich hatte ja in Berlin überall Dosen, Lahn-Dosen verlegt, weil ich das damals, ich wollte das damals haben, ich habe mir da halt eine 126 Quadratmeter Bude geholt und ich habe mir gesagt, naja gut, gibst du mal ein bisschen mehr Geld für die Wohnung. Das sah am Ende eh immer noch scheiße aus, davon noch abgesehen, also war immer noch so ein Streamer-Loch. Auf jeden Fall habe ich beim Ausziehen habe ich mir gesagt, wisst ihr was, fick dich, ich will alle meine Kabel wieder haben. Dann habe ich natürlich alles wieder abgebaut. So. Jetzt kommt eine, jetzt kommt die witzige Anekdote, ich bin in, also alles war gesammelt in meinem Büro, also in meinem Büro war der ganze Netzwerkschrank mit Patchfeld und den ganzen Pipapo und ich hatte Lahnkabel, glaube ich, 250 Meter oder so verlegt in meiner Bude und ich hatte dann eine, ich hatte überall nur diese Trockenbauwände, wo zwischendrin halt Scheiße reingesteckt war für die Dämmung. Katze, kannst du weggehen, weil deine Popperze ist gerade im Fokus. Sony mag Katzenpopperze. Das ist schön, danke. Auf jeden Fall hatte ich dann so eine, also eine Rehgipswand, Scheiße dazwischen, doch eine Rehgipswand. Mhm. Und irgendwie, ich weiß nicht wie, aber das Kabel beim Durchziehen hat es hingekriegt, sich viermal zwischen den Wänden zu verknoten. Top. So. Jetzt kennen wir alle Rehgipswände. Wir kennen alle, äh, ich sag mal, ungestüme männliche Kraft. Mhm. Wie groß war das Loch am Ende? Eine Faust. Okay, okay, jetzt möchte ich die Story ganz hören. Ich dann also nur versucht zu ziehen. Stuhl sind auf der anderen Seite, hat mir damals ja helfen, zu ziehen und machen und zu holen und dann bewegt sich nichts mehr. Hm. Na gut. Ich bin dann gedacht, weißt du was, ich hatte sowieso, der Umzug war scheiße, Trennung und hin und her fahren, die ganze Kacke hatte, die Schnauze voll, hab die Füße gegen die Wand gestellt, hab das Kabel um meine Hand gebunden, und gezogen. Ich gedacht, okay, vielleicht nicht ganz so viel, mach ruhig, es ist nur Rehgips, das hält nicht. Gezogen, gezogen, gezogen und gezurrt. Irgendwann merke ich dann so, wie sich so leicht was aufklappte, so, hm, könnte kritisch sein, vielleicht ein bisschen viel, gezogen und immer weiter. Irgendwann hab ich mir gesagt, ach scheiße, pul die Kacke doch einfach ab, hab's abgepult, hab's hingelegt, das waren dann solche, solche Stückchen ungefähr, gezogen, ging immer noch nicht. Dann hab ich einmal Hauruck gemacht und dann war das Lok Faustgroß und alles ist rausgekommen. Schön. Hat sich rausgestellt, es war dann irgendwie auf mysterische Weise, warum auch immer, viermal verknotet da drin, hab's dann ausgetütert und hab's dann wieder zurückgezogen. Ich hab das Loch natürlich fachmännisch wieder zugemacht, also wirklich, hab alles zugeschmiert und alles vernünftig glatt gemacht, so, dass es halt nicht scheiße aussieht. Ach, Brudi, das war wild, sag ich dir. Das war wild. Seitdem, deswegen hab ich auch hier gesagt, also so schön ich das finde, also wirklich so toll ich das finde, dass überall Ladendosen sind, ich hab hier gesagt, ne, ich bohre hier keine Löcher durch die Wand, also durch Räume durch, ne, alles, ne. Ich hab so einen kleinen Abstellraum, also erstmal, das mit dem, das mit dem, das Loch groß reißen, das hab ich auch schon mal geschafft, aber das war, keine Ahnung, damals in der alten Firma, das war nicht so schlimm so, das, da musste eh renoviert werden, also, nicht so schlimm. Als ich eingezogen bin, hab ich recht schnell gemerkt, hm, wo stellst du denn jetzt so, so, so Krimskrams hin, so den Drucker, Nas, dies, das, bla, 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 ne, und, ähm, ein logischer Ort, bei dem auch ein bisschen, ein bisschen Krach sein kann, ist halt unter meiner Treppe, also, ne, Maisonett-Wohnung über zwei Etagen und unter der Treppe ist halt so ein kleiner Abstellraum und so ein, so ein, ne, so ein, so ein logischer Ort halt irgendwie dafür. Da dachte ich so, ja gut, da musst du halt hier noch so ein kleines Loch bohren durch diese Wand, weil dahinter ist halt dieses Ding. Da dachte ich schon, hm, da ist ja auch der Strom, also, da ist ja auch mein Sicherungskasten, da läuft bestimmt irgendwo Strom her. Fraß mal besser den Vermieter. Markiere mir das so vorsichtig mit so einem, mit so einem Stück hier Malerkreppband so, ja, der in der Richtung, da würde ich ganz gerne durchgehen, ne, weil da habe ich ausgemessen, da komme ich genau da hinten so rein. Vermieter rückt halt irgendwie an, hat noch seinen Elektriker mit im Schlepptau irgendwie, der hat schon so eine Hilti mit so diesem kleinen unauffälligen Zahnstocher vorne dran und guckt da so hin und der Elektriker sagt so, das geht nicht. Und der Vermieter so, ja, warum, da ist doch kein Kabel. Doch, da laufen die ganzen, die ganze Hausverkabelung läuft daher so. Ich so, okay, gut, dass ich Bescheid gesagt habe, sonst wäre das vielleicht nicht das beste, der beste Beginn für das Mietverhältnis gewesen, so, oder? Ja, und dann kamen diese unangenehme Fragen, warum brauchen sie das denn eigentlich, ne, so, ich so, ja, da soll halt ein bisschen so Technik drinstehen, so, ne, so ein Drucker und sowas. Ja, können sie nicht hier aufstellen? Ja, aber wir sind doch jetzt gerade schon mal hier, wäre doch cool. Ich brauche ungefähr so, ne, ich muss so ein paar Netzwerkkabel da durchlegen, ja. Er hat die dann geguckt, gemacht, getan, der hat dann, ähm, hier mit so einem Phasen, nicht Phasenprüfer, aber so ein Prüfgerät, dass er halt eben von außen messen kann, ne, wo läuft was her? Und dann haben wir hier mal so ein kleines Loch reingebohrt, da konnte ich dann mit drei Netzwerkkabeln durchgehen, super, seitdem, seitdem sind die lauten Sachen, die permanent an sind, stehen halt in diesem Kabuff drin, ich höre die nicht, ich mache keinen Stress mit, ich hatte sogar meinen, 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 äh, so ein, ich habe so einen günstigen Laserdrucker und der hat auch einen Netzwerkanschluss, aber der ist kaputt. Ja. Habe ich mich, äh, gestern, gestern erst damit beschäftigt, vorgestern den wieder ins Laufen zu kriegen, keine Chance, resettet, neu gestartet, runtergefahren, hochgefahren, es gibt auch nicht irgendwie sowas wie eine Firma oder sowas, die man, die ich jetzt so gefunden hätte, die man flashen kann, der hängt jetzt an der Fritzbox dran. Beste Funktion der Fritzbox schon seit Ewigkeiten, seit sehr vielen Jahrzehnten, dass du, äh, per USB-Drucker an die Fritzbox hängen kannst und kannst den dann quasi als Netzwerkdrucker ansprechen, ganz toll. Ja, ich habe so einen großen Office-Jet hier, da ist alles drinne. Ja. Ja. Ich habe immer einen Laserdrucker benutzt, immer schon. So, meine beste Anschaffung damals, als ich mich das allererste Mal selbstständig gemacht habe, war ein HP LaserJet 3200. Das war so ein Laserdrucker-Fax-Scanner-Kombigerät so, ne? Und der hat, also, der Scanner wurde schon bei der nächsten Windows-Version, gab es keine Treiber mehr. Fax habe ich gefühlt vielleicht zehnmal gebraucht in meinem ganzen Leben bei mir zu Hause. Irgendwann hast du ja später dann auch nur noch über die Fritzbox direkt gefaxt oder irgendwelche Dienste im Internet benutzt. Ja. Oder halt gar nicht mehr. Und der Drucker, der hat wirklich, also, der Drucker hat locker 14 Jahre durchgehalten. Immer wieder nur Toner neu gekauft, mal sauber gemacht, so. Ansonsten, ne? Scheiß drauf. Richtig gutes Ding. Ja, ich werde mir aber demnächst auch einen ordentlichen holen, aber ich habe auch keinen Bock mehr, weil diese ganze, äh, kannst du mich noch hören? Hallo? Jetzt? Kann mal jemand Jim sagen, dass er mich ziehen soll? Jim, zieh mich mal im Discord. Discord. Jim, zieh mich im Discord. Oh, Jim, zieh mich im Discord. Discord. Richtig, hallo. Bager, willst du mich verarschen? Was denn? Meine Katze, glaube ich, entweder hat meine Katze Discord geschlossen oder es ist einfach so zugegangen und du hast halt auf nüscht reagiert. Was denn? Ich war nicht da die ganze Zeit. Ich habe nur, ich habe dich, äh, ich habe dich nicht gesehen, weil ich dich die ganze Zeit mit Rechtsklick angeklickt hatte und dass ich dann eine Lautstärke verändern kann. Ach so. Ja, sehr gut. Ich habe gerade von einem, äh, von einem potenziellen Problem am Wavelink, äh, ein User-generiertes Problem vom Wavelink XLR besprochen. Was dann? Wenn, also wenn du den, wenn du den PC startest, dann, dann steht das Wavelink XLR zum Beispiel hier in dieser Lautstärke-Position. 50 Prozent Lautstärke. Ja. Aber wenn du jetzt, und das ist halt ein Fall, der niemals auftritt, wenn du jetzt kein Mikro hinten angeschlossen hast, dann hört der Chat ein sehr lautes Rauschen. Ja. Ich möchte das jetzt nicht zeigen, weil das habe ich nämlich heute, heute am Anfang des Streams versehentlich gezeigt. Ja. Toll, ne? Dafür, mein Lieber, gibt's Filter. Noisegates, damit kannst du es wegmachen. Oder Expander. Ja, oder Expander. Aber die kannst du ja in OBS auch schon drinnen. Ja. Also, das kommt ja nicht mit so einem Ausschlag an, sondern mit so einem. Und das ist ja weit über deinem Reden. Ähm, ja, aber das Witzige ist, ähm, warum auch immer, ich weiß nicht, ob das Wave das irgendwie automatisch dann noch hochzieht oder wenn nichts angeschlossen ist oder ob das nur eine, eine Fehlspannung ist oder was auch immer. wenn du kein Mikro angeschlossen hast, aber du hast trotzdem die Lautstärke so auf halbe Last irgendwie stehen, dann ist das Rauschen im OBS-Meter sozusagen, also komplett durch den grünen Bereich und geht schon ins Gelbe rein. Oh, echt? Und das hört man ja. Ja, das ist cool. Ja, aber hast du ein Mikro angeschlossen, gleiche Situation, keine Probleme. Keine Ahnung, vielleicht weil da einfach nichts, kein Signal dran liegt oder so. Ja. Ja, ich habe mit dem Gerät ein bisschen rumgespielt, ich finde es wirklich sehr schön. Also mir macht das Spaß. Ich habe schon irgendwie überlegt, hm, wie kannst du denn in deinem Stream-PC das Wave XLR als einziges Audio-Gerät benutzen und auf den ganzen anderen Scheiß verzichten? Und dann bin ich, dann bin ich aufgewacht, habe gelacht und habe gedacht so, nee, nee, ich möchte schon mein Mischpult weiter benutzen und den anderen Kram. Das Wave XLR ist ein tolles Gerät, wenn man nur eine einzelne PC-Lösung hat und das ist ein wirklich schönes Audio-Interface, aber für, für, für etwas gehobenere Sachen wie einzelnen zusätzlichen Ausgang und bla, nee, haben wir halt nicht. Und ich verstehe nicht, warum Elgato bei der Wave-Software, das ist ja immer noch die Wave-Link-Software, wieso es da noch nicht sowas gibt wie ein Kompressor, ein Noise-Filter, egal was, diese ganzen, diese ganzen Standard-Funktionen, die wir so kennen, die wir ja dann über OBS dann hinzufügen, die gibt es bis heute nicht. Und das, weißt du das gerade zufällig, wann das Wave rausgekommen ist, das Mikro? Letztes Jahr, ne? Ich glaube, letztes Jahr, ja. Ich meine auch. Also, da müsste man ja eigentlich meinen, so wird Zeit, ne? Aber keine Beschwerde, das ist halt nur so aufgefallen. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass im Hintergrund dann noch geschußert wird. Ja, klar. Schon lange. Aber die vielleicht noch nicht damit so zufrieden sind. Das ist gut möglich, ja. Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Ich wollte dir gerade von meinem Streaming-Büro erzählen, in Berlin, als ich dort ausgezogen bin und so ungefähr 60 Löcher an der Wand zugemacht habe. Wobei ich sowas gerne mache, ne? Also, so Löcher an der Wand zumachen, bin ich... Jim-Trockenbau-Wand. Also, das sah wirklich aus, das wie Schweizer Käse. Dass die Wand noch ganz geblieben ist und nicht komplett ausgefallen ist, war ein Wunder. Ehrlich jetzt. Also, da waren... Ich kann mich noch an meine Monitor-Erhalterung erinnern, die war direkt in der Mitte. Und aus welchen Gründen auch immer, ich musste Hohlraumdübel benutzen, damit das halt hält. Und die sind halt... Hohlraumdübel für euch da draußen sind halt Dübel, die steckst du so rein und dann drückst du die auf und dann ziehen die sich hinten dran fest. Also, rundrum. So, quasi. Und, äh... Ich hab's wirklich geschafft, dass ein Stück Wand... Also, das war... Das ist aufgebrochen. Also, da konntest du wirklich... Da war... Da hast du solche... Solche Stücken hast du da weggemacht und musst das Loch zu machen. Alter, die Wand sah aus, Alex. Die Wand sah aus. Ohne Scheiß. Ich hab das Erste, was ich gemacht hab... Also, ich hab... Hier hab ich Betonwände, ja? Ich hab einfach gesagt, ey, ich bohre hier nur minimals. Alles, was ich... Ich bohre nicht mehr. Ich lege nichts mehr durch die Wände. Ne. Kannst du vergessen. Weil das ist einfach so, wenn du ausziehst, das ist einfach zu krass. Also, bei... Bei der Menge... Also, ich hab hier jetzt, glaub ich, nur... Hier eine Kamerahalterung an der Wand und die Sachen oben in der Decke halt. So diesen kleinen Shit. Aber ich hab kein... Nichts mehr. Ich hab auch nur noch Nägel in der Wand und ich tacker nur noch in die Wand rein, weil das... Ey, also, ich stand vor der Wand. Ich hab mich selber erschrocken, dass da mir nichts entgegengekommen ist. Ja. Aber das mit dem Tackern ist ja schön, dass du das Werkzeug jetzt weißt, welches das war, ne? Dieser, dieser... Ich hab den Namen schon wieder vergessen, der die Krampen dann da so reinballert. Äh... Hab ich auch schon wieder den Namen vergessen. Ja, aber du hast es jetzt ja schriftlich vorliegen. Du kannst ja jederzeit in deiner Dingens schauen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, Beton kann man übrigens tackern, ja. Also, das glauben mir ja Menschen immer noch nicht. Das geht immer noch, ja. Sehr gut so. Sehr gut. Wenn die Klammer dick genug ist, wird das funktionieren. Mit so einer ganzen dünnen geht's halt nicht. Ja. Aber da haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Das ist ja... Das müssen wir ja... jetzt nicht nochmal machen. Das ist ein kalter Kaffee hier, ne? Ja, nee. Was so die Kabelgeschichten angeht, ich glaub, die meisten hab ich einfach verdrängt, weil das ist schon so lange her. Ich bin mal zu einem Kollegen gefahren, ich glaub, das hab ich dir auch schon mal erzählt, der stand irgendwie kurz vor seiner Uni-Schlag-micht-tot-irgendwas-Prüfung und hat... ruft mich an, ja, hilf, hilf, mein PC läuft nicht mehr, dies, das. Und das war dann halt... Hab ich ja schon mal erzählt, ne? Der PC war dann halt bei der Party einen Tag vorher halt irgendwie ein paar Mal anscheinend umgefallen und das IDE-Kabel ist halt schon ein paar Jahre her, hat es sich dann halt ein bisschen abged... und ich hab's mit dem Finger wieder draufgeschoben und dann lief's halt wieder, ne? Aber das ist ja nicht... das ist ja nicht so wirklich spannend. Leider. Ja, und ansonsten so die Klassiker, so, dass man irgendwie ein Kabel, einen Bruch hatte oder einen Anschluss... Also ich hab eher Probleme nicht mit Kabelbrüchen, das hab ich auch schon ein paar Mal gehabt, aber ich hab dann eher so das Problem, dass wenn du nicht besonders sorgfältig mit dem Anschluss umgehst oder das Kabel irgendwie so die ganze Zeit immer so 90 Grad und viel Zucht drauf ist, dass das dann irgendwie an dem Adapter oder an dem Anschluss kaputt geht. Also meine größte Sorge bei solchen Geräten wie, keine Ahnung, ob es eine Konsole oder ein PC ist, ist ja scheißegal, ist, dass man halt einfach die Grafikkarte steht halt, wie sie ist, ja? Und da sind mehrere Anschlüsse dran und dein Stecker steckt jetzt sozusagen hier in dieser Buchse so drin, aber zieht das immer so raus und hebelt quasi sozusagen den Anschluss immer weiter kaputt, ne? Das hab ich auch schon mal gehabt, das kannst du halt nicht reparieren oder nur beschissen. Und ja, eine Grafikkarte hat ja ein paar Anschlüsse, also dieser eine wird ja nicht schlimm sein, aber... Doch, ist er. Ja, natürlich. Weil du alle vier brauchst. Manche von uns brauchen alle vier, ja. Ja, ich brauch alle vier. Ja. Na, ich hab zur Zeit hier an dem Ding hab ich drei angeschlossen und den einen Monitor werde ich demnächst doppelt belegen. Da wird... Der Stream-PC wird über HDMI angeschlossen und ich bin... Ich hab die Grafikkarte bestellt, die hat einen GT710-Chipsatz, super alt, ist mehr oder weniger für mich nur 2D und ich... Wenn alles klappt, kann ich nächste Woche ein bisschen was dazu erzählen, wie das funktioniert und ob es nicht funktioniert hat. Der 5900X wird die komplette Arbeit machen. Das Berechnen und Rendern der Ebenen und das Encoden und Rendern zu Twitch. Ich sag, der packt das. Wir werden sehen. Ich lass dich überraschen. Ja, same. Same, same, same. Hast du schon mal einen Anruf gehabt, mein Rechner ging nicht an und derjenige hat Pommes-Ketchup-Kabel nicht reingesteckt, das ganz große, schon mal gehabt? Das Pommes-Ketchup-Kabel? Ja, das ganz große, ich weiß nicht, 24, das 24? Ja, 24 pro Lich. Ja. Schon mal gehabt? Nein. Ja, echt schon. War witzig. Ja, mein Rechner geht nicht an. So, okay, und? Weiter? Ja, hab alles zusammengebaut, geht nicht an. So, okay, hast du schon mal alle Kabel kontrolliert? Ja, schon dreimal heute, schon dreimal! So, okay, alles durchgegangen und immer, ja, 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 ich so, schick mal Foto von deinem Rechner. Nee, steht unter dem Tisch, kann ich nicht machen. Ich so, bitte, schick mal Foto von deinem Rechner, ich muss das ja mal sehen. Aber da hat einer 24-poligen Stecker weder ans Netzteil, weil es, äh, weil es Dings war, äh, sag schnell, äh, nur sag doch mal schnell, äh, optional war, also hier modbar sozusagen, der hat das Kabel da nicht reingesteckt. Passiert. Passiert. Wie? Modular ist das Wort, danke. Wie zum, Alex, wie? Passiert. Also, du kannst ja eine CPU vielleicht nochmal falsch rumdrehen, okay? Oder ein Lüfter vernünftig, auch. Aber dieses Kabel, Alex, bitte, das ist das größte Kabel im Rechner. Wie kann man das vergessen? Ja gut, es fällt schon auf, wenn, wenn dieses Kabel nicht auf dem Mainboard steckt. Also für jemanden, der da reinguckt und der sieht das, auf den ersten Blick in der Regel, ne? Das ist ja nur das Auffälligste. Ja, das stimmt, das ist wirklich das Auffälligste. Aber es passiert, wisst ihr, ich kenne, ich kenne auch diese, ihr kennt ja diese, ähm, hier, ähm, nicht Operators from Hell, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie, 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 wie diese Dinger damals hießen irgendwie. Ihr kennt ja auch die Dinger, ne? Äh, jemand ruft beim Support an und sagt, mein Computer geht nicht, mein Computer geht nicht. Was haben sie denn gemacht? Ja, ich bin eingeschaltet und er geht nicht mehr. Schalten sie denn mal aus. Oh, jetzt geht er an. So, solche Leute habe ich auch in meinem Bekanntenkreis gehabt, so, ne? Keine Ahnung, irgendwie, irgendwer hat dann das hinten am Netzteil den Stecker, äh, den Schalter umgelegt und, ja, so Kleinigkeiten. Das passiert halt. Mein Gott, das passiert halt. Ja, das stimmt. Äh. Aber ich habe dann auch so Menschen, die, äh, den, den Scherz, den Streich gespielt und ich habe das selber schon einmal erlebt. Du kannst ja von deinem, ähm, Desktop einen Screenshot machen. Mhm. Und dann entfernst du quasi alle Eignen, also alles. Und der, der am PC sitzt, der denkt dann halt, er kann nichts anklicken. Weil er nichts auf dem Bild, das ist ja nur ein Bild, das dargestellt wird, die Windows-Leiste und alles. Und du kannst alles ausblenden und verschieben und so weiter. Mhm. Und wenn, das checkt dann, ja. Das Fieseste, was wir auf einer Netzwerkparty mal damals gemacht haben, und das ist schon sehr lange her und ich war daran nur teilweise beteiligt, damals gab es einen Scanner, der nannte sich Legion. Damit konnte man quasi offene Ports an einem Rechner scannen und man hat sowieso zu der Zeit, ich weiß gar nicht, was für ein Betriebswinter das war, Windows XP, I don't know. Ähm, vielleicht auch schon, ist ja egal. Und dann, dann hat man geguckt, oh ja, äh, Freigabe ist da, ganze Festplatte ist natürlich freigegeben, weil in seinem Heimnetzwerk will man es ja möglichst einfach haben, so, ne? Oh, ja, er spielt gerade Counter-Strike. Ja, dann legen wir einfach mal auf die Maustaste den Exit-Befehl und jedes Mal, wenn er einen Gegner gesehen hat und wollte schießen, schließt sich halt das Spiel. Ja, dann hat man eine Viertelstunde gewartet, bis die Flucherei richtig unerträglich wurde und dann ist man hingegangen und hat gesagt so, ey, guck mal deine Settings, ich glaube, du hast dir das irgendwie gerade Exit auf Knopf, nein, das kann nicht sein, guckt rein so, wer war das? So halt, ne? Du Schwein. Schau ein bisschen. Du, du dreckiges Schwein, du. Du dreckiges Schwein. Aber ich, also ich habe jetzt keine, ich glaube, ich habe keine Anekdoten mehr jetzt. Also keine, die mir jetzt noch so ad hoc in den Sinn sind. Was würdest du denn jemandem empfehlen? Wenn man jetzt, wenn man jetzt mal mal genommen, du machst ein Upgrade von einem PC, grundsätzlich kriegt man ja alles dazu, ne? Also wenn du dir einen Monitor kaufst, ist ein Kabel dabei, dann merkst du schnell, das ist zu kurz für deinen Anwendungsfekt, dann lässt du diese, dann lässt du dieses, das Telefonkabel da so mäßig so, halt hängen. Irgendwann nervt es sich und dann bestellst du was nach. Was würdest du jemandem sagen, was, was, worauf sollte man da achten? Immer den neuesten Standard, immer die teuersten Sachen oder worum geht es da? Oder am besten jemanden fragen, der sich damit auskennt? Kauf neuster Standard, deine Länge, die du brauchst, deine Farbe, die du willst und dann kauf. Was willst du da jemandem raten? Ich finde das immer ein bisschen undurchsichtig, wenn du mal angenommen, du guckst bei Ebay oder auch bei Amazon rein und du suchst ein Netzwerkkabel, da werden dir Sachen versprochen, die gehen gar nicht. Es gibt kein Cat7-Kabel mit einem AJ45-Stecker, weil der AJ45-Stecker nicht Cat7-kompatibel ist. Aber die Händler sagen dir, oh, das ist ein Cat7-Kabel. Und das kann ja auch sein, das Kabel kann ja Cat7 sein, aber es ist halt kein Cat7-Kabel. Verstehst du? Ja. So, so halt. Und, 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 keine Ahnung, und dann, der Händler, der das Kabel verkaufen will, schreibt halt jeden Scheiß in den Titel rein, weil die Leute das halt eingeben und danach suchen. Ein FTP-Kabel, Twisted Pair, nicht Twisted Pair und du denkst dir so, was ist es denn jetzt, das eine oder das andere? So halt, ne? Schwierig. Also ich finde es echt schwierig, so ganz normal in einem Nicht-Fachhandel und auch bei Amazon ist da sehr groß da drin, die richtigen Kabel zu kaufen, weil du willst natürlich nicht viel Geld dafür bezahlen, aber du willst trotzdem was Hochwertiges haben. Das ist oftmals bei sich fest. Ja, stimmt schon. Also ich habe mir angewöhnt, ich lese schon ein bisschen Bewertungen, das heißt nicht so viel, weil auch gerade so größere Händler gerne mal Kabel einfach nur zukaufen und dann haben sie vor einem Jahr Hersteller X gehabt, ja, aber kaufen es jetzt von Hersteller Y und dann bedeuten die alten Bewertungen halt nicht mehr so wirklich viel und wenn du dann, wenn du dich dann halt nur darauf verlässt, dass da irgendwie sowas drinsteht, wie, ja, doppelt geschirmt, ne, bla, 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 dann sollte man auf der sicheren Seite sein, aber am Ende des Tages bist du das nicht unbedingt. Aber du willst halt auch nicht die Premium-Ultra-Hochwertigen Kabel kaufen, weil die kaufst du halt nicht für 7,80 Euro, sondern die kosten dann halt irgendwie 27,80 Euro. Aber dann kaufst du dir das 27,80 Euro Kabel und denkst dir so, ja, da hätte ich jetzt auch in den Mediamarkt für gehen können, weil das sind nämlich genau diese Kabel, die die da für 30 Tagen verkaufen. Ja. Ist so. Die alten Etikettenvorleser, ne? Ja, pff. Keine Ahnung. Also ich kaufe, ich mach mir da ehrlich gesagt keine Schüppel. Ja. Bis jetzt hat es immer funktioniert, einigermaßen. Ich versuche mir da immer ein bisschen schlau zu machen im Vorfeld. Und auch, was du vorhin sagtest, ne, der, 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 der entsprechend richtige Standard, hat, aber als Normalsterblicher kannst du mit HDMI 2.1 noch nicht so wirklich viel anfangen. Und selbst, und dann kommen ja noch Hersteller noch auf die Idee, es sind jetzt schon Fernseher auf den Markt gekommen, die haben einen HDMI 2.1 Anschluss, aber wenn du dann den HDMI 2.1 Anschluss benutzen willst, dann kann dieses Gerät leider über diesen Anschluss eben nicht 100 oder 120, 120 oder 100 Hertz oder beziehungsweise FPS übergeben. Das geht dann halt nicht. Da denkst du ja auch so, ja, dann ist es doch kein HDMI 2.1. Wahrscheinlich HDMI 2.1 A und nicht F oder E. Ist halt wirklich so. Ist halt wirklich so. Dann haben sie sich irgendeinen Standard, das Ananas rausgesucht hier, 2.1 A. Wobei, ne, stimmt ja gar nicht. 2.1 kann ja 100 Hertz. Jaja, klar. Also ist ja egal. Der HDMI 2.1 kann das. Der HDMI 2.1 Standard besagt, dass eine gewisse Bandbreite übertragen werden kann. Genau. So, aber der Hersteller sagt dann so, ne, aber wir können das halt nicht dann weitergeben. Also der Anschluss kann das ja, aber wir können das halt intern nicht. Toll! Gute Werbung auf jeden Fall. Ja. Naja. Schon so ein bisschen. Sag mal, Alex, was wollen wir denn eigentlich nächste Woche mal bequatschen hier? Also ich werde nächste Woche ganz stolz und viel von der Kiste hinter mir erzählen. Ja. Dem kleinen, ähm, Micro-ITX, äh, Ryzen 5900X-System. Und dann werde ich wahrscheinlich sagen, Dizzy, du hattest so recht, das hat alles nicht geklappt. Das war alles scheiße und ich musste doch wieder eine Grafikkarte einbauen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Also, ja. Dann lass uns doch nächste Woche über das Baby da reden. Ja, aber da sind wir schnell durch, weil das wird halt einfach schüren. Nein, das wird funktionieren. Ja, ist ja egal, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Auch wenn es funktioniert, können wir ja lange reden. Ja, Micro-ITX. Stimmt schon. Stimmt schon. Das Ding ist halt, bei Kabel hast du auch gesagt, was machen wir bei Kabel? Wir sind übrigens fertig. Und wenn wir uns, glaube ich, ein bisschen Mühe geben, finden wir wahrscheinlich noch die eine oder andere, witzige Geschichte. Also, lass mal nächste Woche über die Schüssel da reden. Das würde mich auch mal interessieren. Lass uns mal so richtig abnörden. Also, als wenn wir so richtige Hardware-Pornos gucken. So einen Top-Down hatte ich auch noch nicht. Und den Lüfter kannst du halt auch hier auf die Unterseite montieren. So wird der auch geliefert, ja. Und in diesem Zustand kann es sein, dass der ein paar Millimeter zu hoch für das Gehäuse ist. Aber das werde ich dann ja nächste Woche sehen. Theoretisch kommen die Sachen morgen an. Und dann werden wir das noch machen. Ja, dann machen wir das so. Also, reden wir mal über das kleine Monster da hinten dann. Ja. Das finde ich gut. Finde ich schön. Ich finde das sowieso sehr sexy. ITX-Systeme, also auch die noch kleineren, finde ich super, super geil. Aber ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das Kabelmanagement in so einer kleinen Kiste komplett verkacken. Das ist kein Problem. Vorne hui, hinten hui. Das geht da irgendwie rein. Richtig. Okay. Das Thema der nächsten Woche ist übrigens Jims kleines Monster. Jims kleine Kiste? Nee, das kleine Monster. Mager, da ist eine 3090 drin und eine 599X. Das ist ein Monster, du Pfeife. Kleine Kiste. Naja, also die 3090 ist in meinem Haupt-PC. Da bleibt die auch drin. Achso, wolltest du die nicht da einschrauben? Hast du das nicht vorhin, oder? Nee, nee, nee. Die 3090 in einem Stream-PC, das wäre, also, das wäre, nee, das glaube ich, das wäre. Mager, ich habe auch eine Radio 7 drin mit 60 GB Arbeitsspeicher. Ja. Ja, aber das soll doch alles die CPU machen. Die lag halt da so rum. Aha. Okay. Die lag halt da einfach mal so rum. Okay, Dizzy, dann reden wir nächste Woche über das kleine Monster. Ja. Und, äh, wollen wir denn heute ein paar Minuten früher Schluss machen? Wieso paar Minuten? Es ist 19.59 Uhr, es ist gleich Schlag 20 Uhr, wir haben zwei Stunden vor gemacht. Ja, ist okay, ist okay, ich wollte jetzt hier niemanden so raus. Letzte Woche haben wir, letzte Woche haben wir halt einfach mal eine halbe Stunde überzogen. Wir können auch einfach mal pünktlich aufhören, viele Leute, denke ich, haben sehr viel gelacht heute. Äh, wir müssen auch deren Gesichter ein bisschen schonen, äh, dementsprechend, damit die mal wieder ein bisschen Form ins Gesicht kriegen. Der Normale. Hat dein Staubsauger einen Namen? Ja, Robocock. Meiner heißt 360 Dirtboy, weil ich musste dem in der App ja einen Namen geben und er hieß schon 360, aber ich wollte ihn jetzt nicht so, du hast gewonnen. Also Robocock fand ich schon gut. Mhm. War einfach, sexy, hat geknallt. Okay. Schöne letzte Worte. Schöne letzte Worte. Ja, gut. Dann, äh, Alex, mein guter, möchtest du heute den Laden schließen oder soll ich schließen? Nee, du bist dran. Ich hab letzte Woche geschlossen. Ja, dann sag schnell Tschüss. Alex, das war ein sehr schöner, sehr schöner Podcast mit dir heute mal wieder. Also ich, äh, muss ganz ehrlich sagen, nach, glaube ich, mittlerweile 13 Folgen, 12, 12 Folgen, äh, macht es mir immer noch sehr viel Spaß. Also wir sind ja jetzt im dritten Monat mittlerweile, das ist ja schon ein Vierteljahr, könnte man sagen, weil wie wir das hier machen und ich finde es immer noch, ehrlich, sehr erfrischend. Ohne Vorbereitung, sondern nur so grob ein Thema und wir sezieren über die, über die Themen, die wir so, äh, vor die Flinte kriegen und das, äh, finde ich echt toll. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, jeder bringt so seine Erfahrungen mit rein und, äh, irgendwie hat man das immer mal erlebt und man muss darüber, äh, sehr viel lachen und, äh, ich glaube, andere Leute, müssen auch sehr viel lachen und nehmen, glaube ich, auch das ein oder andere auch mal mit, weil durch die Fehler, die wir gemacht haben, können andere Leute wahrscheinlich ihre Fehler beheben. Und, äh, ich wünsche euch da draußen bei Jim und auch bei mir, die eventuell nur für den Hardcast, äh, da waren, ich wünsche euch ein unglaublich schönes Wochenende und eine Restwoche. Ich melde mich ab, peace out und, äh, denkt immer dran, kontrolliert erst die Kabel, steckt die rein und Mikrofonkabel nicht auf USB-Kabel und Stromkabel nicht neben irgendwelche anderen Kabel. Tschüss. Oh! Und schöne Grüße an alle, die das im Podcast gehört haben. Und nachdem der Herr Nils jetzt quasi gerade noch das Alte Testament vorgetragen hat, was soll ich denn jetzt hier noch dazu sagen, außer, ja, ebenso. Ich freue mich auf nächste Woche. Es war, äh, mal wieder ein Fest und, äh, auf Wiedersehen, mach's gut und vielleicht bis zum nächsten Mal. Entschuldigung. Dankeschön. Bitte was? Entschuldigung. Nein, ist okay. Es war so schön, Leute, ich bin so euphorisch. Bist du so euphorisch, ja. Wir haben gar nicht so viel über USB-Kabel geredet, oder? Nee, das ist auch gut so. Ja, ja, ich hab schon, ja, ich versteh schon, ich versteh schon. Das ist so ein Trauma. Äh, meine lieben Zuschauer, meine lieben Zuhörer, Menschen, Menschinnen und alles, was das, äh, quasi uns in irgendeiner Art und Weise versteht, ähm, äh, es war sehr schön. Nächste Woche geht's weiter, äh, mittwochs um 18 Uhr ist das Ganze live und, äh, ich freu mich auch sehr, dass wir das jetzt auch auf den, äh, podcastähnlichen Formaten haben, also auf den Podcastformaten von Einka dann weitergepusht wird zu egal wo und, äh, ich freu mich auf Feedback. Dankeschön. Haut rein. Einen schönen Abend, eine schöne Woche und tschüss. 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 Tschüss.